Hallo everybody. Hallo Happens. Hallo Angel. Hallo Eski. Was macht der Typ? Wer bringt meinem Rayquaza Zenitstürmer bei? Ich dachte mir, bevor wir jetzt wieder in die Ultrapforten gehen, könnte ich ja mal dahin gehen, wo LeBelle gechillt hat. So wie auch die Papiertonne anscheinend chillt. Hallo. Hallo Angie. Weil das hatte ich ja noch gar nicht gemacht. Mit LeBelle gequatscht. Und der sollte doch... Warte, nein, der ist ganz so anders. Hallo Imperator Bobby. Hallo Pyro. Hab die letzten Tage deine Videos gesuchtet und nachdem du mich so oft gebeten hast, habe ich jetzt hier mal vorbeigeschaut. So oft sage ich das auch nicht. In den Videos. Also so oft vielleicht einmal pro Video. Aber ja, hallo. So, die will zum Kampfbaum und der LeBelle sagt uns jetzt, ist hier irgendwas cooles, was ich noch nicht habe? Ein Geschenk. Was ist die rote Karte? Was ist denn eine rote Karte? Achso, das ist das alte. Ja, ja, ja. Hallo Laubfuchs. Hallo Kühner. Was ist er jetzt bei mir mit dabei? Was ist hier, wo ich jetzt hingehe? Mein Kind. Hallo Mariko. Und hast du Zelda schon angefangen? Wie ist es, wie ist es, wie ist es? Muss ich es spielen? Hallo Lamarco. Hallo Anne. Okay, sollen wir gegen die ganzen Leute kämpfen? Ich habe gestern Nacht extrem trainiert. Glaubt gar nicht, wie krass ich trainiert habe. Aber eigentlich noch nicht mal für das Spiel hier, für das Projekt hier, sondern einfach wegen Attackendecks. Hallo Yoshi. Ich werde in Pokémon Home jede einzelne Attacke dextrifizieren. Und warum hast du ein Sondermär? Das ist gar nicht geil. Und dafür fehlen mir noch ein paar Attacken, die es nur hier in Gen 7 gibt. Und die habe ich gestern mir geholt, bzw. ich musste Pokémon fangen und auf ein ewig hohes Level bringen. Und mir fehlen auch noch ein paar. Die sind jetzt in der Box. Und ein paar kriege ich gar nicht hier, sondern muss ich in XY holen und so. Weil die viele haben Ultra-Bestien. Aber ich will die Ultra-Bestien nicht anfassen. Viele Ultra-Bestien kriegen auf einem hohen Level nochmal eine Special Signature Attacke. Wobei es ist keine Signature Attacke, weil die auch andere lernen können. Aber ich will die Ultra-Bestien eigentlich nicht anfassen, sondern schön, so wie man sie fängt, in Decks haben. Bis jetzt auch bei UM. Mal schauen, wie schnell ich die Ultra-Bestien habe. Mir fehlt hier nur noch Schlinking und Kaguion. Kaguion und die sollen aber relativ selten sein, aber die machen wir später. Ich will jetzt erstmal gucken, was es hier bei Lebel gibt, wenn ich hier weiter nach Norden gehe. Weil das ist der eine Bereich, wo ich noch nie war. Und warum ist ein Skull und ein anderer Mensch zusammen? Seratronics, Dankeschön für vier Monate. Dankeschön. Ich habe nicht trainiert, ich habe meine Pokémon trainiert. Das weißt du ganz genau, als ob ich... Ich habe immer noch Muskelkater vom letzten Mal vor drei Tagen, dass ich Sport gemacht habe. Die Armigento-Form steht nicht auf dem Plan? Nein. Die Form gibt es nicht. In Home. Ich finde die auch nicht interessant. Wie Arceus Form oder wie... Was war das andere, was sowas auch kann? Ich bin mir sicher, du wirst Freude an dem Game haben. Ich erkunde gerade die Karte und hatte niemals damit gerechnet, dass ich die Map, mit der bei mir alles anfing, noch einmal spielen darf. Ist es die Links Awake? Ist es die... A Link to the Past Map? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Die Form gibt es nur nicht. Ja, das ist schon klar. So wie jede Form, die von einem Item abhängt. Okay. Findest du Aura? Das war doch was. Kann mir jemand sagen, wenn ich jetzt hier weiter nach Norden gehe, diese Küste entlang. Gibt es hier interessante Sachen? Übrigens mein Abigento hat sich entwickelt gestern. Auf Level 71 ist es dann... Hat es sich entwickelt. Ich habe gegen Sharneras gekämpft, so viele Hytheras gesehen und immer Raub eingesetzt bei Hythera und nie ein einziges Glücksei bekommen. Ich habe nur das eine Glücksei vom Professor. Aber glaubst du nicht, dass irgendein Hythera mir einen Glückstein gegeben hätte? Aber das ist krass einfach hier zu leveln. Das ist wirklich faszinierend. In Gen 6 war das nicht so einfach und in Gen 5 erst recht nicht. Aber hier... Boom. Einfach Sharnera und Hythera, die ohne Ende vor dir auftauchen. Du kannst so krass leveln. Dave, du bist ein Reißlaus. Habe ich zum Beispiel auch entwickelt dadurch. Ich habe so gut wie alle Pokémon jetzt im Spiel entwickelt. Das ist auch das erste Mal, dass ich das mache, weil es so einfach ist. Du hast heute auch Sharneras gechained, um mein Cosmark auf level 53 zu bringen. Ja, das stimmt. Das sollte ich dann eigentlich auch hier machen, weil ich hier soweit bin mit Sharnera und Hythera und sowas. Dann werde ich das hier auch noch machen, ja. Um es zu entwickeln. Einfach alles hier entwickeln. Du brauchst es nur auf level 43. Warum? Dann entwickelt sich's. Gen 7 hat gute Features, kann man nichts gegen sagen. Ja. Gute... Also das eine Feature, was mich stört ist, dass man wirklich, ohne das Pokémon gefangen zu haben, einfach die Attacken sieht, wie effektiv sie sind. Das finde ich übertrieben. Aber sonst, die ganzen Quality of Life Sachen, die sie hier gemacht haben, ist schon... Dagegen kann man nichts sagen, ja. Sende deine Nachricht im Chat, um deine 500-Stream-Serie zu feiern. Nope. Fünf-Serie-Stream. Ich bin beleidigt. Aber du bist dein Flamme-Yau. Flamme-Yau. Ach, du brauchst es noch, Lunala. Okay. Nee, ich brauch nur Cosmo-Wum. Solgaleo krieg ich dann im anderen Run. Oh Gott. Ist das das erste Gigawatz? Okay. Das war das erste Gigawatz, was ich jemals, glaube ich, gesehen habe. Wo sind denn hier die ganzen Kanto-Pokémon? Wo kommen die denn alle her? Weil mein Lunala schon auf Home liegt und ich das brauche, um in der Parallelwelt das eigentliche Cosmo holen zu können? Ach krass, wenn du das Lunala schon weggetransferiert hast, kannst du nicht mehr das Level 5 Cosmo holen? Wow. Echt? Naja, weil es muss in deinem Team sein und das ist ja mal Asu. Und bist du sicher, wenn das es geht, obwohl es nicht das Lunala ist? Weil es ist ja, es ist ein Lunala, aber es ist nicht das Story Lunala. Was ist, wenn es trotzdem nicht geht? Hast du oder jemand im Chat schon mal was von Gen 1 Black Version gehört? Äh, glaub nicht. Ja, es ist wahrscheinlich einfach ein Fan-Mod, oder? Ein Fan-Game. Soll das gut sein? Ah, es hat bei dir geklappt. Ah ja, okay, okay. Das heißt, egal was für ein Lunala. Dritter Raid Shiny Sassian in Go, I take it. GG Dave. Jetzt stachelst du mich ein bisschen anders auch zu machen. Aber ich sehe es nicht ein. Ich finde das definitiv hässlicher. Ich finde Event-Shinies cooler als ein Go-Shiny. Ganz einfach. Ich glaube... Das ist eklig. Finde ich... Nee, nee. Hallo zur Rumi. Zurumi. Coole IMVs, die du da hast. Jetzt fühlst du dich gestalkt. Es tut mir leid. Ich habe eins angeklickt und dann so, nice, One Piece. One Piece Spoiler! One Piece Spoiler! Sofort rausgegangen. Äh, was ruft er? Egal. Hallo Mauslo. Ich glaube nicht, dass es mit Solgaleo geht, oder? Das macht doch keinen Sinn. Das erste... Das erste... Wie heißt du? Kra... Krawummer. Krawummer? Das kam unerwartet. Keine Ahnung. Ich habe gestern auf meinen Let's Play Channel geguckt. Und da bist du der mit den meisten Subscribern. Und das wird einem angezeigt. Man sieht immer als YouTuber, wer von seinen Subscribern die meisten Subscriber hat. Das ist Quatsch. Geist gegen Unlicht ist doch Quatsch. Egal. Machtreif. Okay. Wenn ich die Vs trainieren würde... Oder ich warte, bis es Let's Go Galar gibt, um das Go Zeichen wegzubekommen. Genau. Das ist der Release Plan von Pokémon. So schreibt man Metier. Metier? Aber ja, wie soll man es sonst schreiben? Metier. 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 Aber ich habe tatsächlich so Bock Pokémon-Fangames zu spielen. Metier. Ich hätte da so Bock drauf. War das ein Ditto? Ja, das war ein Ditto. Tja. Ditto ist tut mir leid, aber... Das heißt, das Ditto hat aber nicht die Fähigkeit. Die Fähigkeit wird nicht übernommen. Das dachte ich mir nämlich gerade. Moment. Wird das jetzt den Kopf abknicken? Ich frage mich, ob ich mit meinem Team auf Level 100 komme, wenn ich dann nochmal durchspiele. Kann echt sein. Pokémon Z. Ja, das ist Custom, aber kein Hack, sondern hab das als Cartridge. Findet dazu einfach keine Infos im Netz. Deswegen habe ich gehofft, hier kann mir eventuell jemand helfen. Was ist denn deine Frage? Du hast das als Cartridge, das ist trotzdem ein Hack. Das ist kein Spiel, das offiziell existiert. Das hat jemand... Das kann ich auch. Das ist nicht schwer. Das hat jemand einfach... Also das Spiel kann ich nicht machen, aber ich kann das Spiel dann auf eine Cartridge laden. Das ist nicht schwer. Jeder kann einfach eine Cartridge nehmen von einem Spiel und ein anderes Spiel draufladen. Und das hat jemand gemacht. Und dann einen schönen Sticker gedruckt. Vorne drauf geklebt. Jetzt ist es voll mit solchen Sachen. Du hast ein Fan-Made-Game. Aber was willst du denn dazu wissen? Du musst die Community finden, die dieses Fan-Made-Game gemacht hat. Und dann können die dir mehr über das Ding erzählen. Warum mache ich die ganze Zeit Dunkelklaue? Porygon ist anscheinend normal. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich mache ja schon Knuddler. Ich mache ja schon. Ja, das ist also ich... Das ist mein Problem auch mit den Fan-Games. Und ich würde sie gerne streamen. Aber viele von euch werden dann total so... Was ist denn ein Miaut? Kannst du bitte eine Attacke machen? Das ist man hier. Danke. Nein. Wir machen das mit den Fan-Made-Game. Ich habe noch die erwarten! Ja. Bisher werden meine Pokémon nur beschädigt. Ich sollte eigentlich andere Pokémon ins Team nehmen, wenn ich doch eh leveln will. Vielleicht mal den ganzen Trainern aus dem Weg gehen kann. Außerdem dann. Hallo Carmine. Habt ihr alle eure Punkte verballert gestern? Könnt ihr gar keine Spirits heute machen? Hier gibt es auch Änderung. Ich habe gerade keinen Bock mehr auf Kämpfen. Dich muss ich bekämpfen. Wo auch immer uns das hinführt. Ihr beide, Toasty und Carmine. Ihr beide 50er consecutive Streams. Carmine, dankeschön, dass du ein Sub geschenkt hast. Dankeschön. All in gestern bei Voltran, seitdem ein armer Schlucker. Du musst einfach immer auf die 2 wetten, weil gestern war es immer die 2, die gewonnen hat. Und Yoshi, du bist ein Bronzong. Toasty, du bist ein... Ähm... Wie heißt das? Reptile. Und Anne, du bist ein Kurthel. Kurthel. Ihr könnt gleich wieder all in gehen. Ich hoffe zumindest, dass ich die 2 noch finde. Irgendwie nervt mich Mimikma. Aber wir haben es halt echt bald. Also... Es gibt echt nicht mehr viel zu tun. Das anstrengendste für mich wird sein, Magianer zu holen. Hier muss ich einfach... Aber ich bin es nur mal im Kopf durchgegangen. Es sollte... Alles gehen. Ich sollte einfach... Alle Pokémon... Also... Für die, die es nicht wissen, für Magianer braucht man einen komplett vollen Pokédex. Den Home. Und das habe ich ja. Aber das Magianer, was ich da geholt habe, will ich nicht. Ich will nochmal eins holen. Das heißt, ich muss einen komplett neuen Home-Account machen. Einmal einen Monat bezahlen. Und... Dann... Gibt es halt keinen direkten Transfer von Home-off-Home. Aber ich kann... Ja, ich sollte... Oder? Nee, es gibt keinen direkten Transfer von Home-off-Home. Deswegen muss ich alle Pokémon in Games rüber tun. Dann das Game öffnen mit dem anderen Home. Und... So geht's. Problem... Oh Gott, das sind größere Probleme, fällt mir gerade auf. Wobei... Nee, es sollte wirklich eigentlich nur... Das Problem sollten wirklich nur die Affen, Quaffaff und Megunio sein. Hallo Azrael. Weil sowas wie Deoxys... Das gibt's ja... In Karmusin und Popo. Man kann's nur nirgendwo kriegen, aber das gibt's ja. Was hab ich denn für ein dummes Team hier gerade? Oh Gott, die haben sechs Pokémon. Ähm... Oder du machst eine Challenge. Wie schnell kriegt man Pokéball mehr Gerner von Null? Ja. Taylor, du bist ein Kamerupt. Du kannst, wenn du zwei Smartphones hast, über die App tauschen. Ja, aber das ist wirklich tauschen. Und dann... Oh mein Gott. Du willst, dass ich tausend... 25 Pokémon, ein bisschen weniger. Du willst, dass ich tausend... Keine Ahnung. Tausend Pokémon... Mit jeder Animation des Tauschens tausche? Niemals. Das wäre, glaube ich... Eine dumme Idee. Komm, Mimikbar, du überlebst ein Erdbeben. Wie ist dein Plan mit dem Start der Gen 8? Was soll da mein Plan sein? Ich bin bei Gen 7. Das dauert noch sehr lang, bis wir bei Gen 8 sind. Aber der Plan ist, Gen 8 zu spielen und alle Pokémon zu fangen. Ich muss mir jetzt auch mal einen Überblick verschaffen. Also Pokémon, die du in Home bekommst. Wie zum Beispiel das Magiana. Oder diese Starter, die man zwischendurch gekriegt hat, wenn man bestimmte Abzeichen hat in Home. Oder das Shiny Ceraora. Wenn die Events so gemacht sind, dass sie deine OT kriegen, dann kriegen sie die OT von deinem Home. Und die kannst du ganz einfach ändern in deinen Profileinstellungen sofort. Jederzeit kannst du die ändern. Aber ich hieß da halt Leos Mind. Und ich dachte ewig... Deswegen, wenn du ein Pokémon überträgst... Von Pokémon Go... Auf Pokémon Home... Hießen die bei mir immer Leos Mind. Und ich dachte mir immer, ja klar, ich heiße in Pokémon Go Leos Mind. Deswegen heißen die alle Leos Mind. Aber tatsächlich heißen die alle Leos Mind, weil ich mich in der Home-App Leos Mind genannt hatte. Es ist mir so aufgefallen, weil ich hab dann zum Beispiel... Rosa hat mir in Pokémon Go ein Pokémon getauscht. Das hab ich dann auf Home getan. Und es hatte die OT Leos Mind. Nicht die OT Rosa. Was eigentlich total dumm ist, dass sie das so machen. Warum? Warum bekommt... Warum überschreibt Home die OT von Go? Nicht, dass ich das schlimm finde, aber es ist doch dumm. Warum sollte heutzutage noch eine OT überschrieben werden von einer anderen Software? Warum haben die das so eingestellt? Dumm. Deswegen, äh, Pokémon Go und alle Pokémon, die du in Home bekommst, von Pokémon geschenkt, sind... Ist Ramoth Flug? Nee, Käfer, aber trotzdem. Kriegen die OT von deinem Pokémon Home. Das kannst du aber sofort im Profil ändern. Was bist du für einen Jahrgang? Warum interessiert dich das? Sinn ist da, du bist, äh, Terrarium, aber in Paradox. Weil Pogo keine OTs hat? Doch! Hä? Da steht... Oh mein Gott, die wipen mich. Krass. Hä, warum? Doch, da steht... Bei jedem Pokémon, das du fängst, steht, wer es gefangen hat. Natürlich haben die... Das ist vielleicht nicht als OT betitelt, aber die haben natürlich eine OT. Äh, ich glaube, dieses... Ramoth ist ein bisschen zu hart. Du bist 93er, dann kommen wir nicht aus derselben Zeit. Ich bin um einiges älter als du. Du bist ja fast schon Gen Alpha mit 93er Jahrgang. Deine erste Konsole war wahrscheinlich die PS4. So jung bist du. Nein, ich bin 88er Jahrgang. Okay, jetzt passe ich bei dem Kampf mal auf. Der ist anscheinend hart. Und ich war hier ganz am Ende. Ja, komischerweise zählen für Magianer alle Pokémon außer 881 bis 89. Was eine ganz komische Auswahl an Pokémon ist. Das sind die... Aber heißt dann, dass alle Gen 9 Mons auch nicht zählen? Ach Gott, dieses Scheiß-Menü. Weil, ähm... Was war die Zahl? 81 bis 89 ist... Sarut bis... Komischerweise das erste Legends Arceus Mon. Dam hierplex. Was ist das für eine Reihenfolge? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es einfach... Die Gen 8 Mons sind. Die in den DLCs dazugekommen sind. Dass die nicht zählen und alles drüber. Aber... Kann auch sein, dass ab da am Hierplex dann wieder alles zählt. Aber was ist die Logik dahinter? 88er, also warst du ein Teenie in der Pokémon-Ära? Du kannst nicht zählen. Ich war 7, als Pokémon rauskam. Was? Der typische Teenie. Ja, ich meine, heutzutage sehen Teenies aus wie 7. Nee, umgekehrt. Einfach Gen 1 bis 8 vollmachen? Schon, oder? Es ist nicht Gen 9 mit dabei. Dann ist es auch das wieder auf Poké-Wiki nicht richtig niedergeschrieben. Aber vielleicht steht da auch bis Gen 8 Pokémon. Doch, es war 81 bis 89. Ich hab's gestern erst gesehen. Fabian, Dankeschön für deine 2 Monate Prime. Steht da echt der Name in Pokémon Go? Jetzt muss ich selber schauen. Ich hab natürlich alle meine Gaming-Packungen weggeschmissen. Und zerrissen. Und bereue es zutiefst. Stimmt, da steht nicht. Stimmt, Pokémon haben echt nicht meine ID. Ist das nicht dumm? Ist das nicht dumm? Ist das nicht dumm? Eigentlich war Mimikma gut. Eigentlich war Mimikma gut. Die Mystischen zählen für den Home-Deck sowieso nicht. Für Magiana zählen die Mystischen nicht. Ist zu dir da sicher? Warum sollte Poké-Wiki das dann auch nicht erwähnen? Warum ist Knudder nicht gut gegen Hundemon? Ach, wegen Feuer. Das ist ja das Problem. Egal, ich knuddel trotzdem. Es sei denn, Tim lügt. Kann gut sein. Jetzt schon, Ramoth. Was ist Ramoth eigentlich? Feuer Käfer. Schau, mein Ramoth. Das Ramoth. Es wird mir jetzt angezeigt, was gegen Ramoth gut und was gegen Ramoth schlecht ist. Obwohl ich vorhin noch nicht mal gegen ihn gewonnen habe. Das ist so dumm. Ich mach trotzdem. Ich mach's nicht. Sieht man den Attacken-Decks in Home wirklich nur in der App oder bin ich grenzdebil? Den sieht man nur in der Home-Smartphone-App. Ich dachte damals, Ramoth sei ein Leggy. Wir alle dachten das. Nur ich nicht. Denn ich hab die damals nicht gespielt, die Spiele. Ich hab die damals nicht gespielt. Fabian, du bist ein Algit. Rotor macht die Legi Musik in der Gen 4. Warum war die Attacke jetzt so schlecht? Weil ich verbrannt bin deswegen. Was für ein Biest aber auch. Ich dachte immer, Apps hätten weniger Funktionen als die eigentliche Software. Hä? Nein, Pokémon Home, die Smartphone-App kann viel mehr als die Switch. Also beide können komplett unterschiedliche Sachen, aber die Smartphone-App ist um einiges detaillierter. Als Anschein braucht man alle Mons bis in den Nalus für Magiana. Ja, so steht das eigentlich auch überall. Wann warst du denn zu cool für Pokémon? Nach der zweiten Gen. Du bereust es? Warum? So nicht schlimm. Ich habe nur Gen 1 und 2 gespielt und dann habe ich PC und Playstation gespielt und dann bin ich vor fünf Jahren wieder zu Pokémon gekommen. Ich habe die App immer komplett ignoriert. Dann hast du sehr viel ignoriert. Dann hast du meine YouTube-Videos nicht gesehen zu der Home-App. Scham. Hast du sie? Zum Beispiel kannst du in der Home-App Sachen Pokémon favorisieren, sodass die locked sind und denen nichts passieren kann. Und dann gebe ich bis zum Einzelnen. Gut. Du bist sehr schön, dass du in die Welt zurückgreem. Ich hatte kein Vorrang. Ja. Hau. Da. 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 Dressteller, mein neuer Feind hier. Du hast vier Ladybar vollgemacht. Vier verschiedene Shiny Ladybar. Respekt. Moment, aber hast du alle... Wie viele Ladybars hast du dann am Ende gefunden? Genau, vier, du Lack. Ja, Angel eben. Darüber haben wir doch gerade die ganze Zeit geredet. Nummer 81, 91 bis 98 nicht zählen. Nicht, weil die mystisch sind. Polaros ist kein mystisches Pokémon, sondern weil es die DLC-Mons sind. Die rausgekommen sind, nachdem Magiana-Pokéball veröffentlicht wurde. Deswegen zählen die zusätzlichen DLC-Mons nicht von Gen 8. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die mystischen nicht zählen. Hat das der liebe Tim in seinem Video nämlich so gesagt? Das ist dann aber die falsche Erklärung dafür. Denn an einem Polaros ist nichts mystisch. Hate, 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 hate. Dram. Was ist gerade die Mission im Spiel? Ach Fabian, es ist immer die gleiche Mission. Was ändert sich denn an einer Mission? Wir spielen das Spiel. Riecht mich jetzt nicht schon wieder auf mit dummen Fragen. Wir zocken. Guck doch zu, dann siehst du, was ich mache. Wir gamen mit puren Skills gegen die zwei härtesten Veteranen bisher im Spiel. Krass. Er meinte, dass die mystischen und die DLC-Mons nicht zählen. Ich müsste das selber jetzt nachgucken. Aber soweit ich weiß, soweit das Wiki sagt, zählen nur die DLC-Mons nicht. Von Gen 8. Geh lieber heilen. Was, 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 was? Ist das Gary? Was? Wie hässlich sehen die denn aus? Öh! Wie hässlich! Blau und rot? Wie widerlich hässlich die hier gestaltet sind. Hä, die sehen aus wie irgendwelche scheiß Sim-Charaktere. Lass mich raten, du bist Leo, oder? Nein, lass mich in Ruhe. Wirklich nicht? Also bei Rot mag das ja klappen, aber mich täuscht damit nicht. Sagt jetzt Rot die ganze Zeit nix. Mein Name ist Blau. Und das Star ist Rot. Freut uns, deine Bekanntschaft zu machen. Du bist schließlich der Champ von Alola. Gratulation. Wir waren auch Champs, aber in Kanto. Hat schon was zu einer Begegnung unserer Champs. Meinst du nicht auch? Gen 7 ist voll das... Die Nostalgie-Trip, ey. Mit Rocket und jetzt auch noch die. So gesprächig wie immer was. Wie dem auch sei, ich bin jedenfalls ein Trainer. Und wenn ich einen anderen starken Trainer sehe, dann will ich auch gegen ihn kämpfen. Das wird gut, wirst du schon sehen. Gegen wen von uns beiden willst du antreten? Wie man denn? Blau. Sehr schön, eine gute Wahl. Weil ich einen fairen Kampf will, mache ich sogar deine Pokémon wieder fit. Aber darf ich speichern? Die beiden sind ca. 30 Jahre alt. Ja. Sollten sie. Sollten sie. Das verstehe ich nicht. Warum hat er eine grüne Hose an? Das ist, glaube ich, weit hergeholt. Der Grund, dass er eine grüne Hose anhat, ist, weil die erste Gen grün war. Vielleicht hat er auch einfach nur eine grüne Hose an. Simsalah. Ist jetzt blöd. Okay. Wie lange geht Seha nochmal? Ich glaube, ich darf, oder? Da bringt mich so krass um. Nicht dumm, dass er Seha gemacht hat. Japan hatte grün und rot als erste Gen in Amerika und Europa blau und rot. Ich weiß. Aber seine Hose ist einfach grün. Ich glaube, man muss nicht in alles super viel reininterpretieren. Seine Hose ist halt einfach grün. Ei, 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 ei. Krieg wenigstens ein Shiny Magianer dafür. Ist nur Marsch daran. Ich sage, seine Hose ist einfach nur grün. Jetzt Seha geht über den Wechsel hinaus. Das hatte ich mich vorhin gefragt. Ob ich wechseln kann. Aerodactyl, Aerodactyl, Aerodactyl. Du bist gedonnerblitzt. Sein Oberteil wegen Gen 5? Ja, weil ich habe gehört von einem YouTube-Video, dass Gary in Gen 5 der eigentliche Rivale hätte sein sollen. Deswegen trägt Gary hier schwarz. Als Hommage daran. Oh ne, warum ist denn alles immer schneller? Weil Donarion so eine lahme Drolla ist. Ich zocke aktuell Let's Go. Werde irgendwelche Tipps, wie ich da schneller hinter mich bringen kann. Augen zu und durch. Dann schlag dir nicht in die Eier aus Versehen, so wie ich dabei. Warum hat mein Donnerblitz nicht funktioniert? Hm. Donarion, du bist doch... Warum hat Donnerblitz nicht funktioniert? Du bist doch 100... Donnerblitz doch 100%! Zurückgeschreckt? Ah! Er hat die linke Hand am Kopf, weil Turturk Linkshänder ist. Mist, Mist, Mist. Ah, ihr Ruedaktüle, ey. Ähm... Ja, im Handheld kannst du leichter deine Pokébälle schmeißen, weil dann musst du nicht so zielen. Dann schmeißt du immer in die Mitte. Du hast keine Joy-Cons? Wie, das heißt, du hast eine Switch, die du nicht im Handheld spielen kannst? Dann ist Let's Go noch mehr Pain, weil du dann... Hä? Aber was? Wie spielst du dann? Du kannst... Was? Du hast nur den Pokéball. Aber du kannst dann Joy-Cons... Du kannst nur Joy-Cons benutzen. Zack, nur am TV. Okay, du kannst aber Let's Go nicht am TV spielen. Also schon, aber nicht mit Pro-Controller. Du brauchst Joy-Cons. Du brauchst Joy-Cons oder den Pokéball. Mit dem Pro-Controller kannst du nicht Let's Go spielen. Geht nicht. Mit dem Pokéball kannst du alles steuern, wahrscheinlich. Aber ohne Joy-Cons? Auch mit dem Pokéball Plus. Ja! Okay, sag ich ja. Sehr schrecklich, sehr schrecklich. Du machst dir das ganze Erlebnis ja noch schlimmer. Sehr schrecklich. Warum benutzt du nicht deine Joy-Cons? Du hast sie doch nicht weggeschmissen. Der Drift... Der Drift kann nicht so schlimm sein, dass du lieber auf einem hässlichen kleinen Pokéball spielst. Ich verliere gegen den. Wieso ist ein Kokowal schneller als ein Starter? Weil Silvaro ein richtig schlechtes Pokémon ist, anscheinend. Ich sag es seit Anfang an. Silvaro hat hier noch nichts gerissen. Okay, Akani soll dich schaffen. Jodi, du bist ein FM. Da steh dich. Amprost, du bist Level 75. Das sind chillende Hawaiianer. Garados und Turtok doch noch. Garados killt mich jetzt. Ich muss Top-Wilber einsetzen. Ihr habt keine Chance. Dann lass ich Pampros. Ich habe halt auch Parasect dabei. Schanta gerade ist wirkungslos. Hä? Habt ihr mir nicht gerade dabei zugeguckt, wie ich ein Top-Beleber auf Donarion angewendet habe und dann stand da, es ist wirkungslos? Was? Ich habe Top-Trank? Ich habe nicht Top-Trank. Ich habe extra geguckt. Top-Beleber. Dann ist das Menü kurz rüber gesprungen, bevor ich A gedrückt habe. Ich war auf Top-Beleber. So ein... Ich war so krass auf Top-Beleber. Top-Genesung? Na, ich war so krass auf Top-Beleber. Ich habe hier so Beutel. Dann bin ich auf den roten... Nee, dann bin ich... Genau, ich war hier auf Top-Genesung und bin dann rüber und bin hier runter auf Top-Beleber und habe gesehen, neun Stück? Wie? Ich habe zweimal runtergedrückt. Ich habe hier... Ich habe genau hier hingeguckt. So ein Bullshit. So eine Scheiß-Menü-Führung. Wow! Vielleicht hätte ich ja noch ein bisschen eine coole Attacke machen können wie Pilzspore. Aber nein, ich bin gefroren. Es gibt keine neuen... Drift... Es gibt keine neuen Joy-Cons. Lass dich nicht verarschen. Joy-Cons wurden niemals überarbeitet. Ich bin immer... Ich bin der Meinung, Drift existiert nicht wirklich. Die Leute sind nur zu sensibel. Ich hatte schon Drift an Controllern und es ist nicht so schlimm. Und wenn du Drift hast, kannst du den super einfach selber reparieren. Gibt super leichte Tutorials. Ist super einfach zu reparieren, Drift. Aber lass dir nicht sagen, dass es neuere Joy-Cons gibt. Es gibt... Joy-Cons wurden noch nie technisch überarbeitet. Er hat einen Macho Mai und einen Nicht-Turtog? Was war denn dann sein letztes Mon? Garados? Macho Mai. Habe ich was? Aber das ist wahrscheinlich langsamer als ein Macho Mai. Wenn der Drift euch nervt, dann repariert die Joy-Cons. Aufschrauben und innen drin ein Stück Pappe an eine gewisse Stelle legen und euer Drift ist weg. Das war ja einfach. Trotz Top-Genesung. Definier einfach. Du nimmst Joy-Cons... Wo habe ich eigentlich meine... Du nimmst Joy-Cons, hast hoffentlich in deinem Haushalt Schraubenzieher, die klein genug sind und schraubst den Joy-Con auf. Dann ist innen drin so eine kleine Fläche, die sich eben verbiegt mit der Zeit und deswegen der Drift oft auftaucht. Und diese Platte musst du wieder gerade bekommen beziehungsweise füllen, sodass genug Spannung auf dem Controller ist. Und da tust du einfach genau in der Größe von dieser kleinen Platte schneidest du ein Stück Pappe aus, legst sie da hin, schraubst sie wieder zusammen und dann ist wieder Spannung auf dem Controller und es ist kein Raum, kein Wiggle-Raum mehr da und dann hast du kein Drift mehr. Es sind ganz viele Tutorials zu und es ist wirklich nicht schwer. Braut man nicht besonders Schrauben. Schraubendreher? Schraubendreher. Jeder sollte alle Schraubendreher zu Hause haben. Stimmt, es sieht aus wie so dieses Pyramiden, so ein Pyramidenschraubensymbol. Hier hat vielleicht nicht jeder zu Hause, aber jeder sollte so ein Set zu Hause haben, was 10 Euro kostet, wo jede mögliche Schraubendreherform drin ist, die existiert. Und dann ist das die beste Möglichkeit, um so ein Schraubendreher-Set zu kaufen. Hallo Dingy! Hallo Dungy! Akuma, du bist ein Quaxo und The Lord, du bist ein Korgason. Dankeschön für den Raid, hallo! Hallo Dämmnis, hallo Tweety! Wie geht's, Anton Gang? Wie geht's, Anton Gang? Ach, hier geht's zum Battle Tower. Warum bin ich hier? Scheiße. Ah, haben wir es wenigstens einmal gemacht. Also auch ein Ort, wo ich nicht hin muss unbedingt. Ist das hier der Battle Tower von Alola? Bäh. kurz TCG Pocket angeschaut. Wie hast du das angeschaut? Das ist doch erst in Neuseeland draußen. Ah! So. Wie hast du das schon angeschaut? über Neuseeland runtergeladen? Okay, so ein Fan bist du. Krass. Also ich bin ja auch Pokémon Fan, aber ich hab mir noch nie irgendwie einen australischen Account gemacht, um Spiele zwölf Stunden vorher zu spielen. Respekt. Und da hast du schon 150 Euro rausgegeben heute. Blaue Typen neben dem PC. Ich bin kein, äh, ich entwecke kein Interesse. Der gibt dir den Richter. Ah, okay. Als wenn ich einen Level 100 Mon habe. Aber der hat mir keinen Richter gegeben. Das Pokémon TCG Spiel fürs Handy kommt jetzt, es ist jetzt rausgekommen und es wird halt wie bei jeder App von Pokémon wird das langsam in der Welt veröffentlicht. Wenn du 10 Eier geschlüpft hast, ich hab safe mehr als 10 Eier geschlüpft in diesem Spiel. Wuffels und so. Zum Glück kann man kein Geld ausgeben, weil die In-App-Käufe in Deutschland noch nicht verfügbar sind. Okay, okay, okay. Ich bin auch gesch... Ich glaube, ich will für ein Video den maximalen Betrag ausgeben an einem Tag, was anscheinend 150 Euro sind. Was echt wenig ist für so eine Art von Spiel. Aber klar, irgendwie so einen kleinen Kinderschutz müssen sie ja drin haben. Warum sagt Google 30. Oktober ist Release? 30. Oktober? Dauert das so lang noch? Äh, nee. Seit heute ist Neuseeland... Seit heute... Ähm, heute fängt's an, dass Pokémon TCG veröffentlicht wird. Vielleicht ist dieses Google-Datum halt das späteste Datum gewesen, wo Pokémon sich sicher sein konnte, dass sie's bis dahin draußen haben. Aber du kannst es jetzt schon in Neuseeland spielen. Erst Ende nächsten Monat. Leute, es ist schön, was es für komische Daten gibt, aber Fakt ist, dass es schon draußen ist. Das ist bei Apps so, dass das... Dass man sich auf das Datum nicht vertrauen braucht. Dann dauert der Rollout ja ordentlich. Nein! Es ist jetzt draußen. Der Rollout wird nicht anderthalb Monate dauern. Ähm... Wir gehen jetzt, nachdem das ja eine Nullerrunde war, gehen wir jetzt wieder Ultralöcher machen. Das ist ein P2V-Spiel, Pay2Win. Ich glaube nicht, dass du Pay2Win sagen kannst, weil in dem Spiel kannst du nicht wirklich gewinnen. Es ist ein Gacha-Game. Du kriegst am Tag zwei Booster-Packs umsonst und danach, wenn du ein Booster-Pack haben möchtest, an dem Tag musst du einen Euro zahlen. Und... es ist einfach ein TCG-Sammel-Spiel. Du kannst auch spielen gegen andere Menschen mit deinen Booster-Packs, mit deinen Sets. Du kannst aber auch gegen KIs kämpfen. Du kannst ja auch PvP spielen. Ja, aber... sind die seltenen Karten, für die du viel Geld ausgeben musst, sind die gut? Meistens sind ja nicht besonders gut, sondern einfach nur besondere Artworks, oder? Aber ja, wenn besondere Karten sehr gut sind, oder so Game-Breaking-Karten sind, dann ist es wirklich Pay2Win. Äh... Kann grad nicht lesen. Ein Abfuck, da war gar nichts. Woher soll ich wissen, dass hinter dem Portal einfach ein Elektro-Orb ist? Warum kommt kein Weißes? Warum? Ich bin da nicht rein. Du kannst ja auch 100 Euro ausgeben und nichts ziehen, also wird die... also wird nicht Pay2Win sagen. Du beschleunigst nur das Ziehen der Karten. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, eine ultra-seltene Karte zu ziehen, ist irgendwie 0,0005%. Also 99,5% der Karten sind Standard-Karten, 0,5% sind seltene Karten und innerhalb von den seltenen Karten gibt's nochmal drei Abstufungen und davon die seltenste ist 0,0005%. Biest, du bist ein Hefel. Ja, es ist als Sammel-App ausgelegt, die nichts zu tun hat mit dem tatsächlichen Spiel. Mit täglichen Missionen kommt man auch gut an kostenlose Packs, ja. Aber es ist trotzdem, wenn du wirklich jede seltene hier so 3D-Karte haben willst, dann kannst du es, glaube ich, vergessen. Dann musst du Geld ausgeben. Marco, ich weiß, dass der offizielle Release von der App der 30. Oktober 2024 ist. Das ist aber bei Pokémon Go und bei den ganzen Apps auch schon immer so gewesen, dass das das finale, finale, finale Datum ist. Und das Spiel jetzt rauskommt auf der ganzen Welt so langsam immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das war einfach deren Safe-Datum, dass es bis dahin auf jeden Fall draußen ist. Ihr könnt mir jetzt 1000x30. Oktober schreiben. Der Fakt ist, das Spiel ist draußen. Da gehe ich jetzt rein, ist mir egal. Sanjala, du bist ein... äh, Charmian. Oder? Weißt du, Schnurrgast, davor Charmian. Ihr könnt gleich all eure Punkte verwetten. Ich muss erst ganz kurz Schlinking finden. mir ist jetzt aufgefallen, warum ich die Steuerung so schlimm finde. Weil das Solgaleo immer in die Mitte zurück wandert, egal was man macht. Es geht immer in die Mitte. Du kannst nach oben rechts gehen, er geht immer zurück in die Mitte. Da ist da ständig so ein Zug in die Mitte zurück. Alter! Die Weißen haben dauernd keine Ränder. Ringe. Das ist weiß. Okay. Gibt's heute Butter Chicken? Halt auf, mir diese scheiß Frage jeden Tag zu stellen. Cargon, hast du schon? Nee. Aber ich suche Schlinking. Wenn Cargon kommt, skippe ich. Hast du damals auch die alle AP+, die man im Spiel gefunden hat, für eine K.O. Attacke verballert? Nee. Warum? Ich hab gestern auch gesagt, dass ich früher als Kind hab ich auch immer einfach die stärkste Attacke ausgerüstet. Blizzard, Donner und all diese stärksten Attacken, die so gut wie nie treffen. Das würde ich heute nie machen. Aber K.O. Attacken weiß ich nicht, ob ich das gemacht hab. Ich glaub, ich hab auch ziemlich viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, was K.O. Attacken sind. Das ist unverschämt. Das ist unverschämt. Wo soll ich denn da hin? Mein Graudon konnte damals 8x Geofisur Respekt und wie oft hat's getroffen? Ein Vogel Was hat es auf sich mit dieser Butterchicken-Sache? Ich weiß auch nicht. Die Leute sind alle fixiert auf eine Sache, die ich mal gesagt hab. Was hat es nach einer Stunde Ultra-Dimension aufgegeben? Kaum eine Stunde. Ich geb nach. Ich geb nie auf. Ich würde behaupten, Sonne und Mond durchspielen ist um einige schlimmer. Um es Palakpanier viel geiler, aber es ist so viel schwerer zu machen. Brot habe ich letztens erst wieder gebacken und wieder richtig versaut. Ich verstehe es nicht. Ich kriege es nicht hin, Brot zu backen. Es ist einfach jedes Mal irgendwas anders, obwohl ich alles gleich mache. Es ist so scheiße Brotbacken. Ich verstehe nicht, wie das Spaß macht. Es ist auch so ein Saustall jedes Mal. Und dann ist es am Ende einfach nur Brot. Aber Butterchicken ist belohnt einen und ist einfach. Chicken Korma. Chicken Korma könnte ich mal gucken, wie man das macht. Das kann eigentlich auch nicht so schwer sein, glaube ich. Es ist einfach nur Tomaten. Ich sehe doch nicht wohin. Oh mein Gott. Das war ein weißes. What the fuck? Das wird meine versteckte Fähigkeiten der versteckte Fähigkeiten Arc hier. Das hier ist mein Everest von Gen 7. jetzt renn. Jetzt renn doch, Solger Leo, renn doch. Was bist du denn? Komm, renn. Jetzt kommt nicht mal mehr zu den Dingern hin. So ein Abfuck. So ein Abfuck. Fang an zu grillen, das macht mehr Spaß. Grillen finde ich auch komplett unnötig, ehrlich gesagt. Grillen ist so viel aufwendiger. man fühlt sich zwar cool, weil oh Feuer, krass, aber man kann es genauso gut alles auch so machen, ohne es umständlich auf den Grill zu machen. Und alles stinkt nach Rauch. Ja, und wo soll ich denn jetzt grillen? Soll ich mich im Winter rausstellen auf die Terrasse frierend grillen? Das ist doch auch scheiße. Grillen ist was, was schon cool ist, wenn man das zusammen macht und so, und dann grillt man zusammen so als Event. Aber ich grill doch nicht mein Abendessen. Umständlich und schmeckt nicht besser. Ich würde behaupten sogar, es schmeckt schlechter. Außer man macht es wirklich unverschämt gut. Aber dann brauchst du auch saugutes Fleisch, Equipment, und blablabla. Ich habe doch keine Ahnung. Ich mag grillen nicht. Was ist das hier für ein Dimensionsüberschuss? Kennst du Grillorama? Nein. Ich habe schon an Weihnachten gegrillt. Hallo JJ. Es ist so kacke. Es ist so kacke, diese Ultradimension. Es macht so, es ist so nervig. Es macht so wenig Spaß. Spaß. Leute, Leute lassen ihre Grillsachen im Park liegen? Das habe ich noch nie gesehen. Aber ja, das ist asozial. Ich rede nicht von einem Penny Einweggrill und einem Billigbürstchen. Ach, Grillaroma. Ach, Grillorama. Ich dachte gerade, das ist so ein Laden wie Motorama oder so, wo einfach alles voll mit Grillequipment ist. Nee, ich werde nie ein Grillenthusiast. Viel zu umständlich. Feuer spielt man nicht, ja? Ja. das ist so, Ich bin viel zu schnell. Wenn man halt die nicht mal kriegt. Das war es wieder. Oh ne, keine Chance. Nein. Je mehr ich von Usum sehe, desto weniger habe ich Lust, sie zu spielen. Ich dachte schon, du sagst, die mehr Lust habe ich. Nee, nee, nee. Und Feuer spielt man nicht und mein Kopf spielt das Meme ab mit dem Jungen, der durchs Bild rennt und brüllt Somebody gave me fire! Das ist geil, das kenne ich ja. Die Grafik ist ja mal modern. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch 10 Jahre alt, oder? Wie alt ist Sonne, Mond? 2014? 2016? Nee, 14, oder? 19 war Schwert und Schild. Let's go. 2018? Was? Schwert und Schild war 2019? Nee, 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 nee. Wir werden nur alt. War dann 17? Kann da nicht Let's go raus? Nee, denn, du hast du Quandst rere 그런 Punkt şu an. Ja, wovon wir Krankenhaus, das, was du nichts auss albums? Was? No? Wir werden Mitle B gezauktion in der Brüssel ges ripel. Was? Ich glaube materien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also wenn du es einmal gefunden hast, ist es auf jeden Fall entspannter Und es sind auch nicht so viele Der Reset an sich ist natürlich super entspannt Aber einmal Das zu finden 100% Catch Hä, hier ist auch Also 100% Catch, okay Hä, das verstehe ich schon Ich meine, wenn du jetzt sagst, du stehst vor einer Ultrabassion Reset es, sie Das ist so viel einfacher als jedes Mal Eine Ein Dünnerabenteuer zu machen Oder verstehe ich was falsch? Muss ich bei einer Ultrabassion jedes Mal wieder das Wormloch neu suchen? Pro Reset? Nein, ich muss es einmal finden und kann dann davor speichern Und es die Ultrabassion sprechen, oder? Da ist es einfacher Ne, da will ich nicht rein Ja, da rein Da war ich doch schon Sammelst du auch Retro-Nintendo-Stuff? Ich meine, in meiner Room-Trust kann man alles sehen, was ich jemals gesammelt habe Oder was ich sammle Das Einzige, was ich hier wirklich Sammle, aber Irgendwie bin ich auch nicht so aktiv Da dran Es sind N64-Spiele Ich will mal alle N64-Spiele besitzen Die es gibt Und tatsächlich einfach nur das Spiel Wenn ich das mit Originalverpackung mache Dann ist es natürlich unmöglich Also es ist nicht unmöglich, es gibt Leute, die das gemacht haben Aber unbezahlbar Sagen wir es so Aber ich besitze Um die 300 N64-Spiele Bis jetzt Das ist auch was Gutes Gehen wir noch auf Schlingking-Suche Ja Und das ist wieder Ferra Mosa Schade Schlingking ist glaube ich Nur in Stufe 4 Wurmlöchern zu finden Das stimmt nicht Schlingking ist in jedem Wurmloch zu finden Hallo Ryu Es gibt jedes amerikanische, jedes japanische und jedes europäische Und dann gibt es genau genommen auch noch australische, kanadische, taiwanesische oder sowas Aber die sind dann nicht mehr Die unterscheiden sich dann nicht mehr von den europäischen Deswegen sammle ich nur Japanisch, europäisch und amerikanisch Was das Ganze so schwer macht Weil amerikanische sind halt für uns super teuer Weil du jedes Mal halt Zoll zahlen musst Und importieren lassen musst Wenn ich irgendwann mal nach Amerika gehe, dann gehe ich glaube ich in so einen krassen Retro Markt Die es da gibt Weil da sind halt Retro-Spiele Gibt es halt so viel mehr Der Markt ist so viel größer Aber ansonsten sammle ich nicht wirklich was Alles nur Staubfänger Und dann ist es halt so viel mehr es ist so unfair wenn dann da eins ist und ich nicht hinkomme obwohl ich noch nicht mal schnell bin ich habe so fall so ich habe es gesehen und habe rübergezogen was bewegt dich da drauf n64 ist die beste konsole mit n64 bin ich aufgewachsen n64 hat die computer die die videospielwelt definiert verändert revolutioniert ohne mario 64 und ohne ocarina of time hat jemand anderes sie erfunden aber wäre es ein definierende spiele gewesen ich glaube übrigens dass die wurmlöcher mich ich spüre es nicht währenddessen aber mir wird schlecht davon mir wird wirklich übel von den wurmlöchern also gestern war das auch schon am ende und dann habe ich auch aufgehört zu streamen aber jetzt und ich dachte so vielleicht langsam essen oder irgendwas aber mir wird schon wieder langsam schlecht es ist aber auch sehr tunnelblick es ist schon wenn hier jemand sagt mir wird dabei schlecht ich kann es irgendwie verstehen weil es ich weiß nicht aber ich glaube mir wird schlecht ich muss jetzt mit 3d spielen hat es 3d modus bestimmt dann taucht man so richtig ab wird irgendwann die hand weh getan ich spielst halt einen fetten controller war ich gerade 5.2k weg ist das mein rekord 5.2k okay hallo shadow hunter oktober ist mir zu knapp um 70 euro rauszuhauen das ist ein n64 auch noch aber dann kann ich dir sagen n64 und die spiele sind eigentlich unzerstörbar der grund warum die bei dir dann manchmal nicht gehen ist einfach dass die spiele oder die konsole dreckig sind oxidiert mit der zeit über die jahre hinweg ich kann es dir so versprechen dass deine spiele nicht kaputt sind außer du hast außer du hast damit als kind im sandkasten gespielt oder sowas und die die kontakte sind komplett abgerieben und nicht mehr vorhanden aber ich würde sagen in 99 prozent der fälle kannst du einfach 100 prozentig alkohol nehmen also isopropan und dann nimmst du ein tempo oder qtip qtips übrigens die marke dahinter q-tip und reib sie so richtig 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 sauber und das machst du mit den schnittstellen von der n64 auch und ich verspreche dir alles wird wieder funktionieren und wenn du noch mal richtig abgehen willst dann kannst du sogar so heißt es es gibt so radiergummi für sowas nennt man den es gibt so ein radiergummi für kontaktstellen dann muss davon muss man vorsichtig sein nicht zu fest drücken und damit kratzt man quasi den schmutz von so kontakten weg wenn der schmutz so krass ist dass er nicht mit alkohol weggeht ich habe bisher wirklich jedes spiel und jede konsole wieder zum laufen gebracht weil es isopropanol gemacht 5.2 ist crazy haha selbst akischmacki habe ich übertroffen ich trau mich nicht die kleine aufzuschrauben also in der n64 hat so gut wie keine technik drin das ist so einfach die spiele musst du noch nicht mal wirklich aufschrauben außer du siehst dass sie super krass dreckig sind aber da kommst du eigentlich auch so hin einfach in den schlitz hin und her auf beiden seiten mit isopropanol und ganz ganz fest so dass sie wirklich wieder glänzen und die n64 da kommt man kaum hin das macht man meistens eher so dass du das spiel nimmst und du reibst die kontakte vom spiel sehr 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 mit isopropanol ein und dann steckst du das spiel mit super viel isopropanol in die n64 rein rein raus rein raus rein raus und reinigst dadurch die n64 weil du quasi das da rein drückt damit rein weil anders kommst du eigentlich gar nicht in den kontakt von der n64 rein weil du wirst wahrscheinlich nichts haben was so dünn ist und dann darfst du nicht vergessen dass wenn du wenn du so ein expansion pack hast oder halt das was da drin ist das kann auch dafür sorgen dass deine n64 nicht anspringt also das auch reinigen und auch rein raus rein raus rein raus und so weiter also die drei sachen sind es eigentlich spiel memory pack und konsole selber dass die kontakte alle wunderschön sind und dann gehst du einfach hin gehst du einfach hin die n64 an das den fernseher an und dann funktioniert sie ein anderes spiel was super abgefuckt aussieht die kontakte eigentlich auch das geht jetzt zum beispiel nicht also machen wir uns wieder aus wieder rein wieder an geht immer noch nicht da raus rein an und dann geht's und dann haben wir das snap n64 und so lang bin ich jetzt hier umgeritten ohne zu steuern ich war so lange 1300 ohne den controller zu berühren maure dieven bist du noch da guck doch wenigstens nein dauert zu lang dafür sind wir nicht da ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Lass mich da rein! Genau, siehst du, dass es Kargoron oder Schlinking ist? Äh, tut man nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, umso mehr Ringe, umso heller das Wurmloch ist. Deswegen ignoriere ich die dunklen weißen Löcher und sobald aber eins da ist, was wirklich leuchtet, nehme ich das. Weil da könnte eins drin sein. Ich habe meine N64 damals, bevor ich so das ein bisschen professioneller gemacht habe, ähm, habe ich sogar meine N64, nachdem ich, also ich habe meine N64 damals verkauft als Kind, weil ich eine Playstation 2 wollte. Habe es natürlich sofort bereut. Habe dann, keine Ahnung, mit 28 mir wieder eine neue N64 gekauft und da ging auch erstmal gar nichts am Anfang. Und dann habe ich sowas wie Isopropanol gar nicht zu Hause gehabt und ich habe einfach, äh, Gin genommen. Und Gin ist nicht sehr hochprozentig, also schon, aber nicht so hochprozentig. Und es hat trotzdem super funktioniert. Und natürlich funktioniert jede Flüssigkeit, weil das Kontakt herstellt. Ähm, deswegen jetzt vielleicht nicht unbedingt mir das nachmachen, aber es hat trotzdem funktioniert. Auf Langzeit machst du dir natürlich eher das Chipboard kaputt, weil du irgendwelchen Dreck da drauf schmierst. Ähm, oder halt Frucht oder was auch immer in Alkohol drin ist alles. Aber, das ist auch die, die mir hier hinter mir steht. Die ich das erste Mal mit Gin gereinigt habe. Du hast nie Sonne und Mond gespielt. Ich spiele es ja auch zum ersten Mal hier. Ich habe gestern zum ersten Mal Wurmlöcher kennengelernt und hassen gelernt. Also wenn du Fragen hast, frag, frag, frag. Inzwischen verstehe ich das Spiel ein bisschen besser als noch vor einer Woche. Aber es ist ein fettes Spiel. Man kann echt viel machen. Es gibt auch echt viel Endgame-Content. Gen 7 würde ich sagen, also Gen 6 war schon das erste, was wirklich zur neuen Ära gehört, würde ich sagen. Weil alles so, ach, weil alles so 3D ist und so. Aber Gen 6 hat echt nicht so viel Content dann, oder? Warte mal, hatte Gen 6 viel Content? Gen 5 hatte unfassbar viel Content nach dem Durchspielen. Gen 6 hatte nicht so viel Content, oder? Hatte Gen 6 viel Content nach dem Durchspielen? Ich komme durcheinander. Aber Gen 7 hat richtig viel Content nach dem Durchspielen. Würde mir gerne wieder eine Gamecube besorgen. So eine. Eine von den vier. Für mich war das eine richtig geile Konsole damals. Noch Metroid draufgespielt. Ja. Gamecube hat super viele geile Titel. Hol dir eine Gamecube. 80 Euro. Ebay. Noch günstiger, wenn sie kaputt ist. Dann reparierst du sie einfach, was auch nicht schwer ist. Und dann hast du eine Gamecube. Und dann bald gibt es den Flippidrive. Dafür kann man sich jetzt schon anmelden, beziehungsweise das jetzt schon kaufen. Anfang nächsten Jahres werden sie verschickt. Im Flippidrive kannst du super, 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 super einfach deine Gamecube modden. Du kannst alle Spiele drauf spielen, ohne eine CD zu benötigen. Weil das, was an der Gamecube so nervig war, waren die DVDs. Die dann zerkratzen, nicht funktionieren. Dann ist der Laser nicht richtig eingestellt. Dann ist er zu schwach, zu stark. Aber wenn du keinen Laser brauchst, wenn du keine DVDs brauchst, weil es auf einer SD-Karte ist, dann ist eine Gamecube sowas von geil. Und ein kleines Powerhouse. Das heißt Powerhouse. Aber die Spiele waren ja schon krass, die es da damals gab. Polucedium, XD. Komm schon, weißes Loch. Komm schon, weißes Loch. чтоб mir ein weißes Loch Nix kriegt mein Geschenk hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich komm nicht mehr mehr zu dem Ding. Krass, okay. Du hast damals eine N64-Pikachu-Edition dir geholt, bekommen, auf Ebay. Oh Gott, das heißt, du bist noch jung. Ja, die Pikachu N64-Edition ist so ungefähr die teuerste N64, die man haben kann. NFS Carbon darauf gesuchtet ohne Ende. Ich habe hauptsächlich Smash Bros. Melee, Star Fox Adventure. Ich habe zum Beispiel nie Metroid Prime gespielt da drauf. Links Wind Waker habe ich so viel gespielt auf der Gamecube. Pikmin habe ich viel gespielt auf der Gamecube. Star Wars Eternal Darkness. Ich gucke gerade meine Spiele an. Mario Party. Ich hatte auch einen James Bond. Aber N64 war für mich ja trotzdem der Anfang und hat immer noch die Spiele, die halt wirklich, die haben halt damals Gaming definiert. Das war halt der Sprung von 2D auf 3D. Der erfolgreiche Sprung. Ich hatte auch einen James Bond. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. War einfach geil. Hat glaube ich 50 Euro damals gekostet, plus Snaps, die hätte man nicht glaube irgendein Fußballspiel. Boah. Und jetzt so eine Pikachu N64 ist 300, 400 Euro. Deine Mama hat damals dem Horde die N64 abgekauft, so nice. Ja, Kinder im Horde hatten nichts mehr zum Spielen. Ja, auch wenn Pokémon Channel echt kein so geiles Spiel ist, es ist schon sehr einzigartig. Einfach witzig. Und dann hat man halt wirklich einen Mon komplett legit sich geholt. In einem komplett anderen System mit Transferieren über drei Stellen. Und sonst ist es schon... Channel Jirachi zu haben, ist schon cool. Ich würde sagen, noch krasser als Europäer wäre es, das Wishmaker Jirachi zu haben natürlich. Mit der Bonus-Disc. Eigentlich muss ich mir das mal holen. Auch wenn es jetzt von mir... Natürlich, ich habe nicht das Originalspiel, weil das unbezahlbar ist. Ich habe es auf der Gamecube, das Spiel. Also die Bonus-Disc. Was? Manchmal kannst du nicht dran vorbei. Die wollten sie tatsächlich wegschmeißen. Etwas, was mir auch mal das Herz gebrauchen hat. Ein Kumpel ist umgezogen. Und dann ziehen wir um und ich... Schleppboxen und Matratzen und wo was. Und dann sind wir fertig. Waren beim Sperrmüll und alles. Dann sind wir fertig. Grillen, essen was. Und dann sagt er, ja, ich habe auch meine Gamecube weggeschmissen, weil ich wusste nicht, wohin damit. Und ich raste aus. Ich raste aus. Das tat so weh, wo ich mir denke, wie willst du damit sagen, dass in einem der Kartons, die ich weggeschmissen habe, beim Sperrmüll tatsächlich... Wobei, das hätte ich gemerkt, das hat er Tage davor gemacht. Das wäre schrecklich gewesen. Wenn ich am Ende eine weggeschmissen hätte. Aber wie kann man nur? Wie kann man nur? Ich habe damals meine N64 inklusive 20 Spiele für 70 Euro bei GameStop verkauft. Auf die Scheiß. N64 für 50 und dann jedes Spiel für 1 Euro. Die haben mich komplett abgezogen. Ich war ein kleines Kind, was Final Fantasy 10 auf der Playstation 2 spielen wollte. Also habe ich die N64 verkauft. Und dann habe ich für 110 oder sowas eine PS2 mehr kaufen können. Aber die haben die Kiddies so ausgenommen. 1 Euro pro N64-Spiel. Das ist eine Straftat. Du kriegst kein einziges N64-Spiel heute für 1 Euro. Keins. Nicht mal die schlechtesten. Nicht mal die, die keiner haben will. Kosten immer mindestens 5 Euro oder so. Ich bin sicher kein, was da alles mit dabei war. Wie Smash, Banjo-Kazooie, Mario Kart und sowas. Wofür du heute 100 Euro zahlst. Zum Glück gehen sie unter, die GameStops. Diese Wurmlöcher, sie machen keinen Spaß. Aber wir haben nichts anderes zu tun. Was soll ich denn sonst hier tun? Gibt es irgendwas anderes, was ich hier tun könnte? Nein. Das Spiel wieder von vorne anfangen. Dafür muss ich auch mein Team transferieren. Hallo, Benni. Also Maure Diebel ist nicht da. Dann gehen wir Punkte zurück. Wo ist... Das Spiel wieder von vorne anfangen. Das Spiel wieder von vorne anfangen. Wie soll ich denn ausweichen? Gibt es irgendeinen Weltrekord? Gibt es irgendeine Zahl, bei der es aufhört? Wahrscheinlich nicht. Da will ihn, da will ihn, da will ihn, da will ihn, da will ihn. Es ist wieder Fermosa, Chabelle. Immer wenn ich was krasseres schaffe, ist es Chabelle. Happy, du bist ein Scheinux. Benni, du bist ein Blutzuck. Fulltime B, du bist ein Radikal. Willkommen, keine neuen. Es gibt ja auch nur 5. Und ich habe 3 davon schon gesehen. Aber wenigstens ein Kagura. Kaguya, Kaguya, Kaguura. Wäre mal langsam. Nett. Ich spür's, diesmal komme ich richtig weit. Außer ein Loch kommt vorvor. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, es ist so... Ey! Hallo No-Aim, hallo Ferret. Komm, jetzt kommt ein Weißes. Das Weiße. Oder Grün. Bibidi-Babidi-Boo. Bibidi-Babidi-Bubidi-Bam. Hallo Henriette. 4-1-4-0. Eigentlich so. Versuch mal wirklich Level 3 und Level 4 Wurmlöcher. Siehst du irgendwie, wie ich das nicht versuche? 80% der Zeit renne ich bis ans Ende und kein einziges weißes Loch kommt. Glaubst du, ich will nicht Level 3 und Level 4? Ja. 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 Die Shinies hast du schon gefunden. Ja. Du brauchst aber auch den Jill up hin. Gib's zu. Ja. Gehreerte, du bist ein Veridium. Ja. 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 ich es ja locker über 2500, aber es kommt kein weißes Loch einfach. Dann nehme ich lieber ein weißes Loch, was wenigstens ein Ring hat, bevor ich dann wieder ins Ende laufe und nix krieg. Soll ich jetzt die Pokémon alle mal checken in jedem Loch? Soll ich selbst die Ultrabästien mal checken in jedem Loch? Fühlt ihr euch dann sicherer? Fühlt ihr euch dann wohler? Das ist gut! Zwei Ringe! Neue Musik! Das ist Schlinking, oder? Das ist widerlich! Das ist Schlinking. Ne, warum ist das Kaguya? Kaguya muss ein Hochhaus sein. Warum ist das denn Kaguya? Kaguya muss so ein geiler Bambuswald sein. Das sah aus wie Schlinking, dreckwiderlich und so. Aber wenigstens haben wir jetzt endlich was. Heavens, bist du da? Kannst du eine Wette starten? Leute, ihr könnt jetzt eure Punkte verwetten. Verzockt alles, was ihr habt. Ähm, denn wir gucken jetzt, wie viele Bälle ich brauche, bis dieses Kargoron drin bleibt. Was ist denn das? Pflanze Stahl? Dann kann es ja gar nicht eingeschläfert werden. Das ist doch Safe-Pflanze, das ist ein Bambus. Stahlflug? Was? Stahlflug? Dann kann ich, dann kann ich, dann kann ich. Und Vierer killt es dann aber... Probier trotzdem mal. Vielleicht hält es ja aus. 20k auf 2 oder 3. Also bisher ist es gestern, war es immer 2, was gewonnen hat. Hallo Virox, Space Sushi, du bist ein Finion. Bei den normalen Pokémon in Portalen hat der Schillerbin keinen Einfluss. Ah. Da oben ist der Kopf. Ich mag es. Ich grins nicht so. Gudon. Für den Kick bis auf 3 gegangen. Also wir sind wieder bei 3%, 6% und 10%. Je nachdem. Ich werde natürlich versuchen. Ich gucke erstmal, ob es einen Flammenwurf überlebt. Kann ja sein, dass es einen Flammenwurf überlebt. Und dann... Wir müssen es einmal kurz rausfinden. Okay. Hm. Es ist schon tanky, ja. Aber 16 Level drüber hält es dann doch nicht aus. Was kann man denn dann nehmen? Ich meine, vielleicht hält es auch ganz gut gegen Parasek aus. Parasek ist inzwischen um einiges stärker geworden, weil ich gestern damit so krass gelevelt habe. Das ist jetzt Level 75. Also vielleicht kann ich ja damit sogar ein bisschen... Gigasauger... Das ist aber alles schlecht. Druckschlag wird richtig schlecht sein. Aber ich kann zumindest Pilzspuche machen. Das tankt einiges. Ja, aber vielleicht keine Spezialentwürfe. Beide Deathwerte über 100. Trotzdem Flammenwurf. Hat sich Typ 0 entwickelt? Ja, gestern als ich gelevelt habe. Auf Level 71 hat sich Typ 0 gelevelt. Geentwickelt und es ist sogar einmal gegen Charnera leider gestorben. Aber auch das ist immer noch schneller. Parasek ist so ultra langsam. Komm, Raub ist jetzt stark. Stark genug. Okay, cool. Hamke, du bist ein Stallobor. Was soll ich denn dann machen? Nicht zu stark gegen den. Trugschlag ist ein Witz wahrscheinlich. Und Gigasauger ist Pflanze gegen Stahl. Okay. Pflanze gegen Flug ist aber schrecklich. Gigasauger ist dann noch schlimmer. Gigasauger ist ein bisschen besser. Okay, ist noch ein Volltreffer. Dann, dann, dann... Ach, keine Ahnung. Mit welchem Pokémon kann ich dem Schaden machen? Donarion, Erdbeben bringt nichts, Silvaro... Einfach eine starke Attacke, die aber... Stahl, Mimigma wird sterben. Donarion kann... Vierer, Silvaro, Pampros, Stein Hagel. Soll ich Stein Hagel machen? Aber Stein ist schlecht gegen Stahl und auch gegen Pflanze. Soll ich eine Kampfattacke machen? Vielleicht eine Kampfattacke von Pampros? Ist kein Stab, aber trotzdem Schwäche. Kargoron ist nicht so langsam. Alles was Großes ist langsam. Rambos ist doch bestimmt nicht stark. Okay, ich mach Kraftkoloss. Aber vielleicht ist das... wieder zu stark. Und was? Okay, so schwach hätte ich auch nicht gedacht. Es ist schließlich Kampf. Na gut. Dann haben wir vielleicht die Taktik, dass wir einfach zweimal Kraftkoloss machen und dann Pilzspuren. Stein Hagel trifft neutral. Stimmt wegen Luke. Ja, ne. Stein Hagel. Ist jetzt zu stark, oder? Was? So schwach? Ähhhhh. Aber ich habe auch durch Kraftkoloss Angriff verloren. Also vielleicht ein Stein Hagel. Okay, dann mach ich jetzt Pilzspuren und fang an zu werfen. Wenn wir drauf gehen, machen wir vielleicht direkt Stein Hagel. Gewicht hat nichts mit dem Ende zu tun? Nee. Aber in meiner Logik sind natürlich große, dicke Pokémon immer langsamer. Was meistens auch so ist. Aber... Das hat natürlich nichts damit zu tun. Nummer eins. Nummer zwei. Mehrgewichtige Pokémon. Ödipöse Pokémon. Mein Kargoron ist tatsächlich sehr schlank. Hat nur eine fette Rüstung. Oh. Ah. Tut mir leid. Oh. Oh. Ah, der Pilzspaue. Ah verdammt. Oh, Sporenwörter hat Schlaf gemacht Nummer 6 Alle, die 1 gewählt haben Die müssen jetzt langsam zittern Alle müssen zittern Oh, wie sie zittern alle Tja Was soll ich da noch sagen? Ihr seht, ich versuche alles Ich weiß nicht, wer Emo ist bei One Piece Ist das ein alter Charakter oder ein neu? Acht Ne, Kaguron ist für mich Daher kommt sie auch Die Prinzessin Kaguya Ein toller Ghibli-Film Wunderschöner Das ist ja auch ne Ne Fabel oder ne Geschichte Ne japanische Märchengeschichte Prinzessin Kaguya Die Prinzessin, die aus der Bambussprosse wuchs Nummer 9 Werde ich noch sehen, wer Emo ist Wenn ich irgendwann mal weiterschaue Ihr habt immer noch Chance, eure Punkte wiederzubekommen Bei den vollen Zahlen Kriegt es wenigstens Kriegt kann es Pilzspore Äh, Pilzwert, wer es ersporen wird Kann nicht mehr wirken, wenn es nicht umgebracht wird dabei Brauche ich glaube schon Schauen wir mal, ob es noch ne gute Attacke gibt Vielleicht Donarion mit Ahnung Knirscher Ne, Knirscher habe ich glaube ich nicht mehr Doch, Knirscher habe ich noch Schaufel habe ich weg Kreuzschere Oh Gott Kaguya gab es doch bei Naruto Was? Achso, den Charakter Kaguya Ja, 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 ja Den gab es Aber nicht den mythischen Kaguya Charakter Macht da nicht Donnerblitz was? Okay Hallo Bowser Also nehmen wir Pump raus an erster Stelle Machen Stein Hagel Oder vielleicht Kampf Willst du heute Shiny Handen? Handen? H-U-N-T Willst du heute Shiny handen? Nö Ein Stein Hagel Welche Ultrabestie Gefällt mir optisch am wenigsten? Okay, Stein Hagel ist Auch kacke Das Ding ist echt zu stark Warum ist Flammenwurf so stark? Vielleicht würde Flammenwurf bei manchen auch gut sein Welche Ultrabestie Gefällt mir optisch am wenigsten? Ich glaub Ich glaub Ich glaub Ich glaub Koplosio Ich glaub der Clown Ja, aber der Clown ist auch cool Voltriant Voltriant oder Koplosio Eigentlich sind die beide auch witzig Anego ist ein bisschen das langweiligste von allen Das ist einfach ein Da sieht's in Tentoxa sogar noch Ultrabestie aus Find ich Genau, ich suche Offline-Schlinking Und ich krieg dann auch ein Shiny-Schlinking Ne, aber Die letzten Tage Immer wenn ich irgendwas Selbst gestern als ich gelevelt habe Hab ich die ganze Zeit aufgezeichnet So, das ist genauso wie letztes Mal gelaufen Muramura ist auch nicht das Beste Ja, doch Ich find's aber Ich find's kein schlechtes Design Was passiert eigentlich, wenn Du machst zum Beispiel Hyperstrahl oder Schädelwummel Dann wirst du eingeschläfert Und da bricht es komplett die Schädelwummel Oder wacht es auf und macht dann Oh, boom Äh, wir werden's sehen Aber es sollte jetzt abbrechen, ne Muss abbrechen Soll ich noch ein bisschen schwächer machen? Das ist alles so unfassbar schwach Ne, ich werf Die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so schlecht Elf Oh Nope, 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 nope Team 2, ihr müsst grad zittern 1 2 Das war's. Also nach Überstrahl könnte sogar erst die Pause kommen und dann der erste Schlaftörn. Ja, ja, wenn der erste Schlaf, ja, klar. Ne, es hat Schädelwurm aufgeladen, ja. Ich meine, es ist auch logisch. Warum sollte es immer noch die Energie sich gemerkt haben, die es gestoert hat? Aber das ist ganz praktisch, wenn man das jetzt immer macht, dann habe ich immer eine Runde Zeit, in der es... Okay, habe ich doch nicht, weil es ist aufgewacht. Aber... Gibt mir mehr Zeit. Das ist es. Oh, der hat sich Zeit gelassen, der Klick. 17. Und wieder. Ich habe euch vorgewarnt, ihr dürft euch nicht bei mir beschweren. 2 hat wieder gewonnen. Es ist immer das Mittelfeld. Auch wenn es statistisch gesehen erst bei um die über 30 kommen sollte. Heieiei. Aber jetzt geht es wieder weiter. Jetzt brauchen wir wieder Schlinking. Ich sage, wenn es auf 2 werte, kommt es bei 1. Das kann sehr gut sein. Aber es war jetzt 4 mal hintereinander die 2. Alle Ultrabästchen wurden bei 2 gefangen. Okay, ich gehe mal kurz heilen. Du hast 30.000 Punkte bekommen. Plus. Oder hast du jetzt insgesamt? Biberkacke. Amka, hast du deinen coolen neuen Ball gesehen? Ich habe es nicht geschafft, den neuesten Ball wieder schön zu machen. Aber ich habe auch einen neuen Ball gestern hochgeladen. Und der ist der Arceus-Ball. Aber irgendwie erkennt man den nicht. Weil weiß und gelb so ähnlich sind. Aber ich wollte mal das Gelb. Aber eigentlich habe ich das Gelb schon fast orange gemacht. Und trotzdem sieht man es nicht. Aber ich will ihm nicht schwarze Lines geben. Ist auch dumm. Weil Arceus hat keine schwarzen Linien. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe kurz auf die Toilette. Und dann müssen wir wieder in die Ultra-Pforten und dieses Schlinking finden. Das ist ein bisschen kacke. Aber wir können gerade nichts anderes wirklich machen. Aber was ich machen kann. Ich kann dieses schöne Bambustier abkreuzen. Aber wir suchen den da. Wir suchen den da. Den da suchen wir. Den da. Junge ist das Assi. Der einzige Clip, den ich in Heavens immer sehen möchte. Was einmal geschafft hat, mich reinzulegen. Warum bin ich hier? Wo ich es nicht verdient hatte. Da spiele ich mal Mario Kart. Keine Ahnung mehr. Die Story. Ja, die Steuerung. Weil A und B bei Nintendo sind einfach... Die machen, was sie wollen mit den beiden Tasten. Ja, du warst da mit dem Race, Henriette. Dann spielen wir wieder Mario Kart. Langsam habe ich den Frust wieder vergessen. Nichts ist die Musik hier drin gut. Was? Imperator Bobby. Du bist ein Flatiamo. Jetzt wo du trotz Erkrankung... Jetzt wo ich trotz Erkrankung hier bin, schuldest du mir zu Weihnachten eine Runde. Ich bin an Weihnachten nicht da. Aber du musst überhaupt nicht hier sein, wenn du krank bist. Deswegen habe ich, verspüre ich auch null Schuld, wenn du trotzdem hier bist. Dann Neujahr. Hä, da bin ich auch nicht da. Warum sollte ich Neujahr hier sein? Bei den Clips war irgendein Zelda Tutorou. Ausrufezeichen. Was ist aus... Was ist Tutorou? Ist das Ausrufezeichen Tutorou? Noir Night Raven? Du bist auch ein Magianer. Hatten wir gestern schon. Ausrufezeichen Win. Laubfox, das heißt du weißt woher Tutorou ist. Was sagt ihr eigentlich im Deutschen, wenn man Steinskate auf Deutsch macht? Sagt ihr dann auch Tutorou? Tutorou? Ach komm. Ach komm. Das ist ein Default-Sound. Ich meine vielleicht hast du diesen Sound damals kreiert, vor vielen Jahren und der ist dann viral gegangen. Aber nee, den gibt es so. Der Final Fantasy Tutorou Wind Sound. Den kannst du überall auf YouTube finden. Keine Ahnung wer ihn erfunden hat, die Kombi. Ich hab's nicht auf Deutsch geschaut. Ich auch nicht. Doch. Nicht mehr Geschäfte. Also... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. taugt schon nicht so. Aber spielst du einfach mal selber. Lohnt sich eigentlich Kamesin, um den Nationaldecks für Sinnoh, Einal und Carlos für Homefall zu machen? Der gute Lego hat mich inspiriert mit dem Livingdecks. Das weiß ich nicht auswendig. Kamesin. Nationaldecks für Sinnoh, Einal und Carlos. Nee, reicht bestimmt nicht. Einal alleine Einal hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einal hat 9 Pokémon, die nicht auf der Switch existieren. Du musst einen, also wenn du wirklich einen eigenen Livingdecks haben willst, mit allem Pokémon von dir gefangen, ohne Pokémon Go, dann musst du einen DS mit Schwarz-Weiß haben. Aber auf unserem wunderschönen Discord findest du all diese Informationen, weil zu all diesen Informationen habe ich wunderschöne Grafiken gebaut, wo man sehen kann, was zum Beispiel fehlt auf der Switch für Pokémon, die man nicht haben kann. Aber nein, Kamesin und Popor reicht lange nicht, um alle Pokémon zu hören. ! Weißt du schon, auch Marine Oh Gott. Bestes Game. Danke, dass du es zockst. Zock es bald auch wieder. Du zockst bald auch wieder. Viel Spaß. Ich hoffe, du hast mehr Spaß damit als ich. Falls du es noch nicht weißt, ich mag das Spiel nicht. Nein, das war nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich übertreibe. Aber man muss übertreiben. Das ganze Leben ist eine Übertreibung. Das kommt noch nicht mal was Weißes. Die sind wirklich wunderschön, meine Grafiken. Wunderschön. Oh doch, das könnte mal shiny sein, wenn ich immer hier bin. Das brauche ich noch. Hallo Markus. Es kann nicht sein, dass ich einen ganzen Tag brauche, um zwei Ultrabässchen zu finden. Das wird ja hier langwieriger als Entei. Hat Domschi jetzt eigentlich mal aufgehört zu streamen? Kann der mal aufhören jetzt? Scheinbar. Gut. Er schläft jetzt erstmal drei Tage. Wobei, er hat ja geschlafen. Oh, das nehme ich. Einfach, weil es da ist. Nope. Ja, wenn du alle Sinnoh-Pokémon haben willst, dann sollst du Legends Arceus spielen. Da gibt es alle Sinnoh-Pokémon. Zen-Crash. Du bist ein... Heißt das nicht sogar? Zen-irgendwas? Zen-Sonit oder so? Die Satellitenschüssel. Das Satellinit. Satellinit. Wann streamst du so lange wie Domschi? Niemals. Niemals. Ich bin kein Fan von Subathons. Und ich habe keine Zeit, den ganzen Tag zu streamen, wenn ich nicht schlafe. Und auch keinen Bock und nicht die Energie. Und ich würde euch eh niemals so lange aushalten. Vier Stunden am Tag ist schon genug, dass ich euch aushalten kann. Meistens schaffe ich nicht mal das. Aber ich will gerne wieder Events machen. Aber wenn ich Events mache, dann will ich, dass es was Einzigartiges ist und nicht einfach irgendwas. Deswegen, ich überlege immer, was ich machen könnte. Aber es macht halt mehr Sinn, wenn irgendein neues Spiel von Pokémon rauskommt. Wo ich viel Zeit reinstecken kann. Zum Beispiel, wenn ich Legends Arceus auf 100 Millionen, 1000 Prozent machen will. Da könnten wir was machen, wie, dass ich ein Zeitlimit habe. Oder dass ich nur offline gehen darf, wenn ich 10 Shinies gefunden habe. Keine Ahnung. So, wie meine geplanten Quiz schauen. Ich habe noch so viel mehr geplante Sachen, von denen ihr gar nichts wisst, die ich nie gemacht habe. Auf dem Discord finde ich das mit den Pokémon, die es nicht auf der Switch gibt. Bei... Wie habe ich die Sachen genannt? Bei Infos. Bei Infos. Tiny! Das müssen wir noch machen. Das könnten wir eigentlich machen, wenn ich keinen Bock mehr auf Schlinking habe. Ein Brutalander hast du. Wir können einen Level 9 Brutalander suchen gehen. Ich mache jetzt noch ein bisschen. Ich mache jetzt noch bis 18 Uhr Schlinking. Und dann könnten wir... Aber wenn ich Brutalander vorbereite, dann kann ich nicht einfach aufhören. Weil um 7 rum kommt wieder ein Handwerker, der sich hier was anschaut. Und den muss ich aufmachen. Und ich weiß nicht, wie lange der braucht. Hast du eine Idee, wie man alle Pokémon in Schwert und Schild und kann, wie sie ein Poké und einen Pokéball fangen kann, ohne bei allen vier Spielstand zu löschen und komplett von vorne zu beginnen? Geht nicht, weil die Legis kannst du nur einmal fangen. Kurze, knappe Antwort. Geht nicht. Aber warum willst du deinen Spielstand löschen? Mach doch einfach einen neuen Spielstand. Du musst deinen Spielstand nicht löschen, um einen neuen Spielstand zu machen. Markus, was ist das Problem? Willst du nur deinen Spielstand nicht löschen oder willst du das Spiel nicht nochmal durchspielen? Das Spiel willst du nochmal durchspielen müssen. Aber du musst deinen Spielstand nicht löschen? Oh, jetzt habe ich nicht gecheckt. Egal. Ich will meinen Spielstand nicht löschen. Wie gesagt, du musst deinen Spielstand nicht löschen. Du musst auch keinen Nintendo-Account verknüpfen. Wobei, du brauchst eine E-Mail-Adresse. Also ja, es ist wahrscheinlich ein Nintendo-Account. Aber hier bekomme ich die Pokémon dann in Home. Und wieder muss ich euch rügen. Genau für sowas mache ich doch Videos. Du hast meine Pokémon Home Videos nicht angeschaut. Schau dir meine Pokémon Home Videos an. In jedem Video zeige ich, wie du die Pokémon zwischen Profilen hin und her schiebst. Ohne Probleme. Pokémon Home ist genau dafür gemacht. Ich mache doch so viele Service-Videos. Aber Leo, ich will nur sehen, wie du Shiny-Sphanks auf YouTube. Ja. Aber ich mache auch Videos, um Sachen zu erklären. Wie man zum Beispiel mit mehreren Accounts Pokémon Home benutzt. Beleidigt. 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 Zurecht. Zurecht. Frech. Ah, es ist so viel. Wie soll ich denn dadurch? Wenn das eine gut erklärt, dann du. Hey, chill. Ich habe tatsächlich zu dem hin und her schieben noch kein Video gesehen. Dann werde ich dir jetzt eins zeigen. Mensch, das ist sogar eine Playlist. Leos Mind Playlist Pokémon Home. Das ist ja unfassbar. Das ist ja alles aufbereitet. Und als hätte da jemand extra FOMO. Wo ist es? Besser Shiny brüten. So sortiert man seine Living Box. Nein, ich habe doch extra... Alle wichtigen Infos zu Pokémon Home 3.0. Da ist es drin, oder? Also ich sage es, glaube ich, in jedem Home-Video. Aber ich glaube... Also ich sage es in jedem. Aber ich glaube, hier auf jeden Fall. Oh Gott, warum bin ich langsamer als Rex Mizar? Du bist ein Pferd. Ich bin der mit dem Mario Tennis. Und wie gesagt, deine Videos suchte ich wie eine Serie. Ah, du hast mir das Mario Tennis geschickt. Sorry, dass ich deinen Namen nicht erkannt habe. Vielen, vielen Dank dafür. Nochmal Dankeschön. Bei uns ist es so krass windig, dass wenn man ins Wohnzimmer geht... Hier hat jedes Zimmer so ein Loch in der Wand. Also ein Lüftungsloch. Das ist so stürmisch hier. So ein Unwetter. Dass du kommst bei uns ins Wohnzimmer, das macht einfach... Das ist so laut. Habe ich hier eigentlich auch so ein Loch? Bim, bim, bim. Hallo Soul Tonic. Huh. Das war's. München ist auch übertriebener Sturm. Geht ins Bett, mümelt euch ein, Kakao in die Hand. Kakao in die Hand. Ich glaube, nachdem ich so langsam wurde, habe ich noch nie ein gutes Portal gefunden. Immer die falsche Farbe. Der roter J. Nick, du bist ein Reislaus. Und Marco, du bist ein... Ziruzuro-Keks. Warum checke ich die hier? Ist voll die Zeitverschwendung. Okay, dann machen wir morgen am Freitag... Machen wir... Also ich mache jetzt noch weiter, aber morgen am Freitag machen wir Brutalanda. Egal ob Schlinking jetzt kommt oder nicht. Kein Bock mehr auf diese Löcher, mir wird schlecht. Machen wir Brutalanda, Level 9 suchen. Dann, wenn es schnell kommt, übertrage ich alles auf den DS. Und wir machen die zwei QR-Codes. Magiana, Pikachu, die Demo, Ash-Kwajutsu. Ich muss mir noch ein Winikro holen und ein Hard-Safe machen für Shiny-Hunt. Und dann könnte am Freitag erstmal Gen 7 fertig sein. Weil nochmal spiele ich hier im Stream nicht Sonne durch. Das mache ich dann privat. Und finde wahrscheinlich drei Shinies, ohne aufzuzeichnen. Und dann, wenn ich da durch bin, fange ich mit euch die letzten Pokémon. Und dann muss ich irgendwie die Kack-Magiana-Sache regeln. Weil es ein bisschen anstrengend wird. Vor allem wegen den exklusiven Gen 5 Monst. Das ist eine höhere Shiny-Shots aus dem Oldtop-Pforten. Ach, wirklich? Ja, es ist mir neu. Warum hat es mir noch keiner gesagt hier? Ist Magiana ein Problem? Ja. Kein Problem, es ist nur umständlich. Magiana, das normale, ist einfach ein QR-Code, das wir uns morgen holen. Und dann habe ich das. Was für eine Farbe ist das? Aber es gibt auch die Original-Form-Magiana. Das bekommt man nur, wenn man in Home einen kompletten Pokédex hat. Was ich habe. Ich habe auch einen Magiana. Nur hat das nicht die OT Leo, sondern meine OT Leos Mind. Und ich habe mich so gefreut, dass ich ein Living-Form-Decks habe in Home, dass ich es, naja, Booyah genannt habe. So, ich habe ein Magiana auch alles selber gemacht und sowas. Aber das hat nicht die Stats, die ich gerne hätte. Oder es sieht nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Deswegen muss ich alles nochmal machen. Das heißt, ich muss nochmal ein Home-Account mit allen Pokémon füllen, die existieren. Um Magiana zu kriegen. Und das funktioniert nur, indem ich zwischen Home und einem Spiel und wieder auf ein anderes Home alles hin und her transferiere. Was ja auch nicht so einfach ist, weil nicht jedes Spiel hat alle Pokémon. Das heißt, ich muss die ganze Zeit gucken, okay, diese Pokémon kann ich hier übertragen, die aber nur da, die aber da und die da. Und dann muss ich alle wieder neu sortieren. Oder aufpassen, dass die Sortierung nicht kaputt geht und sowas. Oh, und dann gibt es halt welche, die ich nicht übertragen kann, weil die nicht in Spielen vorkommen auf der Switch. Und ich nicht warten will, bis Zar rauskommt. Wahrscheinlich wird Zar das ändern. Zumindest mit Quaffaff auf jeden Fall. Ah ja, Magiana wird halt einfach ein Transfer-Abkack. Soul Tonic, du bist ein Potrott. Hier sagst du eigentlich, ein DS mit CC gebraucht, wenn du eh auf dem Emulator spielst, hättest du dir das nicht sparen können. Aber morgen spiele ich nicht auf dem Emulator. Weil morgen mache ich die QR-Codes und dafür kann ich keinen Emulator benutzen. Und aus dem Shiny hunte ich ja auch nicht auf dem Emulator. Also, vielleicht habe ich es nicht sofort, sofort gebraucht, die Capture-Card. Aber im Endeffekt brauche ich zwei DS mit Capture-Card. Bei all dem, was ich mache. Aber ich hätte es nicht so schnell gebraucht. Was sich extra beeilt. Hm. Schau, wenn Weiße kommen, dann haben sie noch nicht mehr irgendeinen Rand. Wahrscheinlich auch sau-teuer. Wie bekommt man eine Capture-Card? Äh, einbauen lassen, ja. Äh, kostet zwischen, äh, 200 und 300 Euro, die Capture-Card einbauen zu lassen. Im DS selber brauchst du auch noch, natürlich. Was, was mir da Shiny-Shows wirklich nicht gewusst? Natürlich habe ich das gewusst. Ich habe Videos gemacht über jede Shiny-Shows, die in jedem Spiel existiert. 1 zu 7 bei den Ultralöchern in Sonn und Mond. Was glaubst du? Wo bist du hier, glaubst du? Unverschämt. Ich werde schon wieder sauer. Sauer macht lustig. Das ist keine Ironie, das ist Sarkasmus. Ironie ist was anderes. Ironie ist, wenn... Ampros mein stärkstes Pokémon ist und an einer Flugattacke steppt. Ironie ist... Ironie ist was anderes. Sorry. Ein Entschuldigung reicht nicht. Ich brauche mindestens 300.000 Euro als Wiedergutmachung. Ironie ist, wenn du gesagt hättest, ja, danke für die Info, wusste ich nicht. Nein, das ist Sarkasmus. Also ich weiß, dass wenn ihr jetzt googelt, Unterschied zwischen Sarkasmus und Ironie, dass da steht, dass es eigentlich beides das Gleiche ist. Aber in meiner Welt nicht und wir sind hier gerade in meiner Welt. Ironie ist Ironie des Schicksals. Sarkasmus ist, wenn du etwas sagst, aber du das Gegenteil meinst. Ironie ist, wenn ein Nichtraucher an Lungenkrebs stirbt. Das ist jetzt ein bisschen gemeine Ironie, aber mir fällt immer kein besseres Beispiel ein. Ironie ist, wenn... Es ist meistens tatsächlich was Tragisches, weil es immer die Ironie des Lebens ist. Ironie ist, wenn... Ein Dachdecker vom Dach fällt. Nee, nicht wirklich. Das Pampros war Ironie. Schon, gell? Ja. Ach, komm mal, wie soll ich denn da weglenken? Sarkasmus ist bei mir auch immer was Negatives. Nee, Sarkasmus ist nicht negativ. Sarkasmus ist einfach, wenn du das Gegenteil sagst, was du meinst. Das ist Sarkasmus. Das war sarkastisch gemeint. Aber der, der damit verarscht wird, der sieht es natürlich negativ. So, pass auf, ich konzentriere mich jetzt und ich komme so tief. Wieso spielst du deinen Donarion physisch offensiv? Mach ich nicht. Woran hast du das gesehen? Mein Donarion kann Donnerblitz. Das ist die einzige Attacke, die ich auf ihm habe, die gut ist. Die restlichen Attacken sind noch von Akub. Akub ist nämlich komischerweise ein Angreifer. Und dann habe ich alle Attacken, die halt kamen, immer die behalten, die auf Angriff gehen, die physisch sind. Und dann hat es sich auf einmal entwickelt und auf einmal war es kein physischer Angreifer mehr, sondern ein Spezialangreifer und ich hatte nur physische Attacken. Und bis heute habe ich nur physische Attacken. Wenn du jetzt sagst, du weißt schon, dass du Attacken neu lernen willst, ja, aber ich kämpfe nicht in dem Spiel. I don't fucking care, wie gut mein Donarion ist. Das ist etwas, was du vielleicht, wenn du noch länger hier bist, bald feststellen willst. Ich kann nicht kämpfen, weil Kämpfe mir egal sind. Allein, dass ich weiß, dass Donarion ein Spezialkämpfer ist, ist schon sehr untypisch für mich. Sarkasmus ist eine dumme Antwort auf etwas Offensichtliches. Ironie, Michael Schumacher verdient Geld mit Autorennen, wo über 300 kmh sind, aber er leidet einen Hirnschaden beim Skifahren. Ja, das ist ironisch, ja. Wollte nur fragen. Ich weiß, und ich habe sarkastisch geantwortet. Nein. Habe ich nicht. Ironie ist, wenn der Taskmanager keine Rückwaltung zeigt. Sehr gut. Ja, das ist... genau. Yassetland kann man mit dem bloody Schumacher verfault in Münster. Ich weiß, wer in der Zeit Hello. das ist doch mal ein geiles come on come on fuck es ist wirklich kann es sein dass es wirklich nicht also es einfach vorgeschrieben ist soll ich wirklich einfach so lang suchen bis ich aber nein ist ihr habt gemeint es lohnt sich in jedes rein zu gehen weil es eine schwindige chance gibt dass da auch schlinking drin sein kann soll ich wirklich auch an denen vorbei düsen weil das ist das zweitbeste loch gewesen ja pol walker ist vielleicht noch ein bisschen ironischer verstorben aber es ist nicht immer nur tot oh mein gott oh mein gott es ist so schön es ist so schlau es ist sonne und mond und Hallo, ich kann nichts machen, wenn ich nichts sehe. Du hast deinen Schlingking auch in zwei Ringen gefunden. Ja, ich sollte glaube ich schon in zwei Ringe reinfliegen. Da zerbreche ich lieber 100 Radars in BDSP als diesen Kack zu machen. Man muss es ja zum Glück nur einmal machen und dann steht man davor und kann Shiny resetten. Soweit ich weiß, verändert sich die Wahrscheinlichkeit bei den weißen Ultra-Pforten nicht, würde also jedes mitnehmen. Da sagst du jetzt das Gegenteil von dem, was alle anderen bisher gesagt haben. Dankeschön Sakura für 10 Monate. Hallo Lady. Ja, guck nicht hin Happens, guck weg. Vielleicht bist du deswegen krank geworden. Ja, guck nicht hin. Ja, guck nicht hin. Ja, guck nicht hin. Ja, guck nicht hin. wie wenn die in so einer kurve drin sind so schwer auszureichen habt ihr ein discord auf dem sich auch mitspieler für kapu gruppenmissionen finden ja wir haben extra eine einen kanal dafür wo du dich eintragen kannst aber ich würde nicht erwarten dass da noch viel los ist das spiel spielt keiner mehr aber hier und da fragen immer mal wieder leute da ob eine gruppe gibt aber ich weiß nicht wann das letzte mal eine gruppe da zustande gekommen ist das spiel ist bisserl tot inzwischen also morgen machen wir brutalanda und die restlichen sachen dann habe ich wirklich alles hier außer wahrscheinlich schlinking und dann am sonntag gibt es ein special stream aber ich sage euch erst am samstag auf discord wann genau und wobei es wird sonntag abend sein wird sonntag abend sein aber ich sage euch erst was es ist ich gebe euch erst die möglichkeit mich auszulachen wenn es soweit ist ein tag davor aber sonntag abend gibt es hier was spezielles bitte verarscht mich nicht zu sehr ich bin auch nur ein mensch der seine meinungen ändert oh mein gott bin ich guuuuut scheiße was winikro winikro kann ich mir auch holen ja 4000 nicht schlecht ich vermute pokeroge falsch so falsch ich spiele tatsächlich lieber legenden arceus als kam sie in popo verstehe ich jetzt sei denn du spielst vgc was hat vgc mit gruppenmissionen zu tun du meinst so dass das spiel noch am leben ist ja ja klar vgc ist so lang am leben bis das nächste bis die nächste gen rauskommt aber ich glaube auch in vgc discords machen wenige blau bär gruppen bbq sachen und so was gibt es bald mal wieder ein fake shiny quiz nö die response dafür war nie so gut ich bin k ich bin k ich bin k Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin dran vorbei Ich hab mich so drauf konzentriert, das zu schaffen hier, durchzukommen Dass ich ein Zwei-Ringe-Ding vergessen hab Aber hey, ihr seht ja was passiert, wenn ich jetzt zwei Ringe ignoriere Es kommt nichts danach Nur Dreck, in den ich nicht rein will Und keine Speed-Sachen mehr Sof, jetzt kommt eine weiße Blume Nix kommt Schaff ich's da noch dran vorbei? Hoa! Ne, das war's Mann, wär ich in das rein? Ich hab mich so konzentriert, den Weg zu machen Ja, das mit Windewoge und Eisenblatt ist schon krass eigentlich Wenn sie das nicht jetzt irgendwie noch ins Spiel Aber warum sollten sie? Dann sind Windewoge und Eisenblatt einfach so selten wie mystische Pokémon Weil es einfach nur Events waren Das ist schon Ich find's ein bisschen zu hart Ich dachte schon, dass sie dann Nachdem alle DLCs draußen sind Aber vielleicht was sein könnte, ist, dass Wenn alle Event-Rates durch sind Dass dann Windewoge und Eisenblatt-Rates der Standard sind Das kann ich mir vorstellen Weil es ist Es sind noch nicht mal vollwertige, legendäre Pokémon Das ist So komisch Dass die so unfassbar rar gemacht wurden Bist du an diesem Wochenende nicht da? Pech gehabt Ja, aber selbst wenn sie's noch mal wiederholen Bleibt es bei einem Event Für relativ normale Pokémon Deswegen ich Also die letzte Hoffnung, die ich habe Ist, dass wenn alle Terra-Rate-Events durch sind Dann wird Windewoge und Eisenblatt-Normalität Oder sie sind vielleicht extrem selten zu finden So 1%-Rates Sowas Nur, dass sie dem Pool einfach hinzugefügt werden Und man kann sie dann auch nur fangen Wenn man sie noch nicht hat Nicht, dass jemand sich eine Armee fängt Oder sowas Aber sie werden halt zugänglich Für jeden Immer zu jeder Zeit Okay, gehen wir an dem einen Ring vorbei Nee, gehen wir an den einen Ring rein Ich nehme jedes Weiße Was nicht dunkel ist Fuck Redface, du bist ein Voltoball Ich will heute nicht nur ein Pokémon gefangen haben Und wieder denkst' Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin auch in keinen Blitz rein, oder? Ich bin auch in keinen Blitz rein, oder? Jetzt kommt da einfach nichts. Okay. Es kommt nichts. Es ist so gemein, wie einfach nichts kommt, obwohl man so weit kommt. 5,15. Was war vorhin? Vorhin war 5,200. Das war nicht besser als vorhin. Da sind Legis, Ultrabestien und einfach Pokémon drin. Die haben eine sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit, Shiny zu sein. Ja, so ein kleiner Zähler am Rand wäre nice, der sagt, wie viele Lichtjahre man schon gewandert ist, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt aufhören, weil ich bin weit genug für die Chance und so. Weil ich glaube, je nachdem, was du halt einsammelst, ist es super schwer, im Gefühl zu haben, wie weit man jetzt schon ist. Was ist denn die höchste Weite, die man braucht für die beste Wahrscheinlichkeit? Wobei, das ist es ja nicht. Es ist ja... Du gehst ja eher nur so weit, damit du ein Blumenportal findest. 4,500. Danach wird nichts besser. Ja, schau. Das heißt, eigentlich jedes Mal, wenn du es schaffst, so weit zu kommen, dass du ultra langsam wirst, dann hast du es schon. Aber dann musst du halt noch ewig aushalten, bis du hoffentlich die Farbe kriegst, die du willst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? keine chance ist keine chance ich suche weiß nur in weißen sind ultra bestien drin ich suche ein schling normales pokémon ich scheine hatte nicht ich will einfach nur einschlinken nein das sah gerade shiny aus es war sehr grün aber anscheinend ist das hier so grün tschüss das ist glaube ich noch eins was ich tatsächlich brauche in shiny also habe ich schon zwei entdeckt ich bräuchte in ultra dimensionen bordoch und tentora sensora das hätte ich nicht gedacht dass das so schwer ist ich dachte das ist einfach ich gehe in die ultra pforten und suche und holen mir die aber dass die so selten sind dass allein weiße so selten sind und dass dann das seltene weiße so selten ist hätte ich nicht gedacht die haben sich gedacht hey schlinking ist in sonne und mond dann machen wir es hier richtig selten wir werden ja sicher jedes spiel gekauft haben was wir rausbringen wenn nicht gibt es die strafe ja 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 Hey! das nehme ich aber es hat keine ringe es wird wieder ein famosa sein es ist also bisher ist jedes bisher gab es noch keins was nicht in dem loch ist wo es sein soll ich glaube bisher war immer in den schwarzen war an ego in kein ring war ding chabelle ein ring ist ein ring war voltriant zwei ringe war kaguron und das ultimative ist schlinking aber so selten sieht die umgebung aus die du willst weiß ich nicht weil ich es noch nie gesehen da kommt da eine fette cutscene weil ich sie noch nie gesehen wahrscheinlich sieht sie sehr widerlich aus blut leichen sowas stelle ich mir vor in sonne und mond kriegst du schlinking in der story oder in der end story und in ultra kriegst du es nur in einem loch das ist dein lieblingshorrorfilm ich vergesse den namen immer weil er aber der namen ist eigentlich geil das ist mein lieblingshorrorfilm sieht auch nach einem sehr dämlichen minigame aus ist mehr als ein minigame aber du willst für die vollständigkeit auch alle aus den löchern was soll ich denn sonst tun soll ich noch mal sonne und mond soll ich soll ich jetzt sonne und mond spielen nur wegen schlinking nein ich spiel doch nicht ich spiel doch nicht ich spiel doch nicht nochmal sonne und mond die schlimm was heißt nochmal ich spiel doch nicht sonne und mond die schlechter sind als ultra sonne und mond nur um ein pokémon nach 30 stunden spielzeit zu bekommen ich muss halt hier jetzt einmal glück haben das ist dein lieblingshorrorfilm lady screan friday the thirteenth alien vs predator aber es sind noch die originale wen kümmern die originale die sind schlechter als die als die ultras es ist das gleiche spiel nur besser ich bin so ausgewichen sinister sinister ist sinister ist schon hier mit ethan hawk und dem der schriftsteller ist und so und seinen kindern der ist nicht schlecht ja der ist nicht schlecht der ist auf jeden Fall sehr sehr creepy und ich mag das ende sehr sinister ist gut aber ich würde nicht in meine top 10 tun aber er ist gut top top 11 meditalis ja das heißt hartgold ist für dich auch besser als das original der nostalgie faktor fällt komplett weg reiner gameplay enjoyer was nein du hast gerade ein sehr schlechtes bei ultra sonne und ultra mond sind kein remake hartgold und soulsilver sind ein remake und hartgold und soulsilver sind gen 4 gen 2 ist gold silber kristal aber ja kristall ist besser als gold und silber so wie ultramond und ultrasonne besser sind als sonne und mond und das ist das äquivalent davon nicht hartgold und soulsilver ist das äquivalent von ultra nein kristall ist das äquivalent von ultra smaragd ist das äquivalent platin die teile die danach rausgekommen sind die alle fehler nicht alle fehler viele fehler ausgemerzt haben und das spiel zu einem besseren erlebnis gemacht haben es ist immer noch das spiel nur es ist die bessere version davon hartgold und soulsilver sind komplett unterschiedliche spiele du kannst denen nicht ausweichen wenn die um die ecke sind hartgold hat auch einen nostalgie faktor nicht für mich weil ich habe hartgold und soulsilver nie gespielt ja mega braindead ist braindead der film von peter herr der ringe peter wie heißt der herr der ringe peter 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 peterson hey wie heißt der herr der ringe peter peter jackson braindead den habe ich tatsächlich nicht gesehen aber ich weiß dass der gut sein soll ich habe gestern nacht einen gesehen den kein schwein kennt den film keine ahnung aber ich habe auch den namen vergessen das war aus den 70ern ein film der echt nicht schlecht war xenos oder so ne extra extra terrestrial es geht um aliens exos oder so exos der war nicht schlecht sehr alt guck braindead ja 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 ich weiß der steht auf meiner liste alter solger leo mach mal hier ich kann nicht mehr ich fand braindead ziemlich bescheuert eigentlich aber das ist ja auch absichtlich also braindead ist ja ein trash film peter jackson hat ja trash horror gemacht vorher der ringe oder was auch immer da vorkam das ergibt ja tatsächlich endlich mal sinn das mit den zusatzspielen zu vergleichen was denn sonst was ist denn sonst ultra sonne und ultramond für euch ein neues spiel im gegenteil das ist ein spiel mit zehn prozent fünf prozent mehr content das ist eine typische masche von wegen sie hätten das von anfang an so raus bringen können aber dachten sich nö wir brauchen noch eine zusatz edition und wollen mehr geld verdienen bei allen allen edition hast du wenigstens noch das gefühl okay sie haben ein gutes spiel rausgebracht und dann die fehler weg gemacht und uns ein bisschen besonderer gemacht und hier ist es einfach nur hey das ist das gleiche spiel nur ich habe gehört ihr mochtet viele cutscenes nicht also sind es ein bisschen weniger das macht sinn warum die spiele existieren weil sie genau das gleiche sind ja 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 nur gen 6 hatte keins bei gen 6 haben sie keinen bock gehabt oder irgendwelche unerfindlichen gründe warum es kein pokemon set gab aber das kriegen wir jetzt das nehme ich weil es da ist aber schaut es war jetzt keins mit einem ring und es ist trotzdem karguron also das war das jetzt das erste oder so mal das nicht in einem ring war den ich schon kannte oder so halt ja das ärgert mich am meisten an ultra sonne und ultramond dass der 3ds war schon dlc fähig der 3ds hatte internet es gab dlcs für viele spiele aber das dlc system haben sie erst mit schwert und schild eingeführt wo sich auch leute beschwert haben dass es dlcs gibt und keine extra edition wo ich denke was seid ihr alle warum wollt ihr eine extra edition wenn es ein dlc auch macht warum und das ist das was wir hier am meisten so nach geldmacherei schreit oder so unglaublich weil ich halt viel zu traditionelle denke wieder ist oder so auf auf schemen eingefahren es war komplett möglich hier ein dlc raus zu bringen aber nö kein dlc komplett neues spiel mit exakt der gleichen story nein da war eins mit zwei ok dann kommt jetzt eins mit blumen sie hätten es machen können aber sie haben es nicht gemacht es ist aber auch zu schnell wie soll ich denn rechtzeitig zu dem portal hin kommen ist man zu schnell ist man schnell kommt man weit ist man zu schnell kommt man nicht zum portal ist man langsam kommt man nicht weit und ist man langsam wird man von jedem portal angesaugt oh mein gott ok dann nehme ich halt das das wünsche für plz a soll gut werden nope chabelle chabelle war ein ring waren es nicht zwei ich glaube es waren zwei ringe usum ist quasi wie jedes pc spiel mit season pass genau nur dass du noch einmal dafür viel geld zahlen musst was hat eigentlich so ein ultra sonne ultramond gekostet damals ich habe nie wirklich ds spiele gekauft damals was hat ein neues pokémon ds spiel gekostet 30 oder 40 euro 50 nochmal 50 euro für ein pixel fest mit dem gleichen content und ein paar sachen am ende dazu anstatt ein 30 euro dlc rauszubringen und ich werde angerufen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal also Handwerker super nett hat sofort gefixt ging schnell er musste eine steckdose aus wechseln weil die super laute geräusche gemacht hat und mir angst gemacht hat die steckdose ist es ein shiny zapdos Nein. Warum kommen die immer alle so spät? Ich hab lieber spät. Die Alternative war am Samstag um 8 Uhr in der Früh. Ey, aber ich hab doch nichts gegen spät. Ich find das immer dumm, wenn Handwerker immer nur um 8 Uhr in der Früh kommen. Ist doch voll geil so. Hallo Noah, herzlich willkommen. Ah, du bist hier gar nicht zum ersten Mal. Ich würde sehen, wenn du zum ersten Mal schreiben würdest. Aber ist total egal. Herzlich willkommen. Ne, ich kann jetzt hier eine halbe Stunde über das Problem reden, was... Also es ist schon wieder so... Ach, dieser... Also der Handwerker ist super nice und der hat keinen Fehler gemacht und sowas. Aber es ist wieder so, irgendwie in diesem Land ist es... Du redest und in einen Ohr rein, im anderen wieder raus. Es ist aus dem anderen wieder raus. Es ist so anstrengend. Wir haben zwei Bäder. Ich weiß, ich weiß. Und bei beiden Bädern waren die Steckdosen extrem laut, sobald du was angeschlossen hast. Also wirklich so... Das hab ich dann dem Landlord gezeigt. Und er so, ja, steck lieber da nix rein. Wenn du nicht da bist und sowas. Weil die klingen echt gefährlich. Weil es war wirklich, steckst was rein und das Ding macht... Und der Handwerker hat auch gerade gesagt, ja, das überhitzt das Ding. Da ist irgendwas kaputt. Gut, dass wir es auswechseln. Das eine, was nervt ist, und das hat er mir gerade auch nochmal erklärt. Ich wusste nicht, dass es ein Gesetz ist. Das ist hier gesetzlich so geregelt, dass das Maximale, was du in einem Badezimmer in Irland anschließen kannst, sind 240 Volt. Was nicht reicht für ein Föhn zum Beispiel. Also Rosa kann sich nicht, oder ich mit meiner Haarpracht, wir können uns nicht die Haare im Badezimmer füllen. Wir müssen dafür auf den Flur gehen oder in die Küche gehen. Rosa steht tatsächlich in der Küche und föhnt sich die Haare in der Küche. Weil Badezimmer nicht genug Strom haben dürfen. Weil da ist es nass und dann stirbt jeder. Wo ich mir denke, so viele sterben in Deutschland auch nicht. Also ich verstehe nicht. Vor allem die Steckdosen hier sind ja auch noch viel sicherer gemacht. Weil die kein, du kannst da nix, also die Steckdosen, irgendwie ihren Engländer haben super Angst vor, sich zu elektrifizieren. Die Steckdosen haben alle eine eigene Sicherung. Also der Plug, den du reinsteckst, hat innen drin eine Sicherung und sowas. Also es ist übertrieben, was die hier, ich meine, ist ja okay. Aber dass du in einem Badezimmer keinen Föhn benutzen kannst, ist unfassbar, finde ich. Und auf jeden Fall, Landlord, habe ich gesagt, jo, die sehen, also ja, ersetzen wir. Kannst du mir ein Bild schicken von den beiden Steckdosen. Kannst du mir ein Bild schicken von der Steckdose, die nicht funktioniert. Und ich so, okay. Er redet von Singular. Ich rede schon die ganze Zeit von Plural. Also gehe ich sicher, dass wir hier beide von Plural reden. Also habe ich ihm zwei Bilder geschickt. Zwei Bilder mit dem Text. Beide sehen exakt gleich aus. Aber es sind beide, die nicht funktionieren. Er so, super, danke. Handwerker kommt morgen 7 Uhr. Heute, es klingelt gerade. Ich zeige ihm das. Er sagt, ja, kein Problem, ich habe das dabei. Genau das gleiche Ding, wir ersetzen das. Sag ich, okay. Ich zeige dir nochmal das andere. Und er so, das andere? Ja, es sind zwei. Wie ich hier in dieser WhatsApp-Nachricht geschrieben habe. Nee, er hat gesagt, ich soll nur eins ersetzen. Also überhaupt nicht seine Schuld. Kommt morgen wieder. Nur wenn man nicht, keine Ahnung, was machen die Leute? Nicht richtig lesen, nicht richtig zuhören. Einfach rein, raus und wird schon so sein. Passt schon irgendwie. Enschallah. Der arme Kerl muss jetzt morgen nochmal hierher kommen. Einfach um gleiche Zeit morgen, gleiche Zeit, gleicher Weg. Und ich denke mir so, nur weil jemand nicht richtig zuhört. Das ganze Guinness und der Whisky, ja. Ja, der Landlord ist ja so ein kleiner, so ein kleiner Energiebolzen, wie ich schon erzählt habe. Der ist so blablabla. Die Nachrichten von ihm sind auch krass. Ohne Punkt und Komma. Und super seltsames Englisch. Aber das ist mir bei ihren auch schon aufgefallen, dass Textnachrichten von ihren sind extrem abgekürzt. Ich müsste jetzt gucken aufs Handy, dass es mir wieder einfällt. Aber heute war etwas, wo ich mir dachte, ich verstehe, was du meinst. Aber da fehlen ein paar Verben dazwischen. Also das kann man auch komplett anders lesen, was du gerade geschrieben hast. Aber ich weiß nicht, ob das irisch ist oder ob das einfach Leute so halt texten und es so gewohnt sind, dass man so schreibt. Ich weiß es nicht. Aber ich schreibe, versuche es mir immer so in schönem Englisch zu schreiben. Prädikat, Subjekt, Objekt und so. Und dann kommt der verquillteste Satz zurück. Der ist, glaube ich, der ist ein sehr, der ist super nett. Ich mag den voll, aber er ist, glaube ich, sehr durch den Wind hier und da. Was man daran wieder merkt. Ich schicke ihm zwei unterschiedliche Bilder. Ich sage, es sind zwei, die ausgetauscht werden müssen. Er sagt eins. Okay, eins. Wall of Text, denkt er sich bei mir? Nee. Dankeschön, Katsu. Dankeschön für fünf Monate. Hab ich ein Beispiel? Das letzte, was er geschrieben hat, war so. Ich dachte, da fehlt was. Michael will be with you around seven-ish. Logisch. Any problems, let me know. Thanks again for accommodating. Okay, ja. Aber alles geschrieben ohne Punkt und Komma. Irgendwann war da was anderes. Absolutly no... Nee, du weißt es. No problem if doesn't work. No problem if doesn't work. We can arrange an alternative next week. Irgendwas war noch krasser. Ich bin gerade blöd. Ich finde es nicht. Da fehlen immer so kleine Wörter einfach dazwischen, die sie einfach dann weglassen. Aber ist ja okay. Man kann Stachelbirne nochmal fangen oder hast du den auf dem Mond gefangen? Man kann Ultrabästien unendlich oft fangen. Es ist halt auch frech, dass du beide Steckdosen repariert haben willst. Ich habe gerade gesagt, es muss nicht sein, dass die andere repariert wird. Er muss das nicht machen. Weil wir nur das eine Bad benutzen, um Zahn... Es geht ja nur um Zahnbürste aufladen. Wir haben die letzten Wochen unsere Zahnbürste in der Küche aufgeladen. Aber er hat gesagt, er wird es schon gerne ersetzen, weil wenn da jemand aus Versehen was reinsteckt, kann es halt gefährlich sein. Aber ich finde, das ist so... Also wie kann denn die ganze restliche Welt überleben mit normalem Strom im Badezimmer? Warum haben die hier so Schiss davor? Es gibt auch super TikToks. Es gibt so einen irischen, deutschen TikToker, der irisch ist, aber in Deutschland lebt. Und der hat so ein geiles TikTok zu dem Thema gemacht, wo du dich totlachst als Deutscher. Weil aus seiner Perspektive sind Deutsche halt so verrückt, dass sie mit Wasser im Badezimmer spielen und vollen Strom dort haben. Vielleicht nicht in die Steckdose reinfassen. Mehr muss man ja nicht machen. Aber dafür... Wir, die Deutschen, die können einfach mit einem Toaster in der Badewanne sitzen, wenn wir Bock haben. Ist ja jetzt nicht empfehlenswert, aber wir können, weil wir sind frei. We are free. Die Iren können nicht mal mit ihrem Toaster oder mit ihrem Grill im Badezimmer chillen. Vor allem wenn jemand Bock hat. Irgendwas... Aber darum geht es denen wahrscheinlich nicht. Weil wenn, kann ich auch mal ein Verlängerungskabel nehmen. Dann kann ich auch meinen Toaster hier ins Bad mitnehmen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um pure Sicherheit. Dass, falls jemand so blöd ist und mit den Fingern und einer Gabel in die Steckdose fasst und zufällig gerade überall Wasser runterläuft, weil du gerade eine Stunde in höchster Temperatur geduscht hast, dass dann nichts passiert. Dass, selbst wenn du dann getroffen wirst vom Strom, dass er dann nicht so schlimm ist, weil es nur 240 Volt. Hallo, Thony. Shiny? Dein Shiny Dumiesel ist gerade abgestürzt. Suchst du Shiny Dumiesel? In Kamesin und Purpur? Oh mein Gott! Happens! Das ist ein Shiny Hypoteros! Hallo, Anna. Bist du hinterher gehechtet, Marco? Du willst das, suchst das Große, du Dumiesel. Hallo, Itachi. Klar, und es war noch da. Father, help! Das ist echt geil gemacht, wenn Kamesin und Purpur das einfach hinterher springen kannst. Das ist echt geil gemacht, wenn Kamesin und Purpur das einfach hinterher springen kannst. Also, Kamesin und solicitet. pool, Bist du in Kumpelsen. Nein, zwei schwarz hintereinander. Susanne sagt dann eigentlich 16 Uhr oder schon früher, ich habe gesagt es geht um 20 Uhr los. Wenn. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist doch Quatsch, das ist doch doof, nix, ein einziges Pokémon in 4 Stunden. Ja, dich brauche ich in Shiny, sei mal grüner. Wie viel soll ich jetzt noch machen? Ich mache jetzt noch fünf Runs. Fünfmal renne ich jetzt noch durch die Dimension. Morgen schaue ich das Finale von Linda, echt? Hast du das immer wieder geguckt? Findest du das auch so seltsam? Das Finale wird, okay, das ist sehr seltsam. Heute angefangen? Oh Gott, so viel. Aber das ist cool zu wissen, dass es Leute gibt, die es anschauen. Dann fange ich jetzt das Video immer an mit Hallo Marco. Und dann fange ich das Video immer an mit Hallo Marco. Das war eins. Bei der Hälfte von Zweifel Folge 2 dachte ich, oh Gott, ziehe ich das durch und am Ende wollte ich wissen, wie es weitergeht. Haha! So ging es mir auch. Genau so ging es mir auch. Deswegen habe ich jetzt auch keine Lust, es gibt ja drei verschiedene Szenarien, ich habe keine Lust die anderen beiden Szenarien noch zu spielen im Moment, weil der Anfang sich so schleppt, weil man so unterlevelt ist und so viel grinden muss, um nicht die ganze Zeit zu verrecken. Aber dann, wenn man stark genug ist, kann man wenigstens die ganze Zeit von Story zu Story wiederholen. Und dann wiederholen wir uns wiederholen. in das selbe. Und dann werden wir uns wiederholfen. Wiret�. Und dann sind wir malata. Wiret�. Hm. Das ist ja gut. Fast nicht überrascht, das ist ja gut, hier ist ja? Ich bin wie leitens. Ich bin garryte. Und dann wird das etwas zu vertre Phoenix. 2 ist wieder voltriant 213 und 201 hier erinnert mich an an dieses das was in rig and morty kam vorkam wie heißt der der dann verprügelt wurde und dann war da immer nur so ein running gag im intro und outro oder sowas mr mr buggles so sah der aus rot rot nico genau rot rot nico incognor rot incogni rot 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 nico kann man schon mal in caps lock schreiben ist wichtig oh mein gott wie manchmal gehe ich voll in so ein loch rein und es war das es war wie ein pinball wie pinball einfach mr pupi battle ich mein genau mr pupi battle genau war das nicht dein bleischift oder sowas ja der war sehr lang und gelb sowie halt pot rot nico zu rumi du bist ein wie heißt sie noch mal das vergesse ich mal seh so kids wird zu seh so kids wird zu irgendwas mit g ich will immer geweyer sagen ich will immer geweyer sagen was ist ein gewey geweyer weil es hat irgendwas mit gewey zu tun kronio wild hallo zino 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 Das war's. 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 Augen gehen auch zu. Die blinzeln auch. Es hat vier Augen. Aber Morbull ist auch, glaube ich, eins meiner Lieblings-Gegner-Designs aus Final Fantasy. Morbull sieht in jedem Spiel so angsteinflößend aus. Genau wie ein Baham, ein King, äh, wie ein Behemoth. Behemoth und Morbull sind die besten Gegner. Was passiert, wenn es bei 10 drin ist? Dann kriegt keiner was. Also dann ist es ungültig und jeder kriegt seine Punkte zurück. Das sorgt dafür, dass selbst wenn du schon über der Zahl bist, die du gewettet hast, immer noch hoffen kannst, dass du deine Punkte wiederkriegst. Das ist genial. Eis-Gigant, wow. Ich mag lieber so biologische Tiere. Das dort hat Flügel. Ganz kleine, ja. Aber die Augenbrauen sind auch Flügel. Ja, das stimmt, die Augenbrauen sind auch Flügel. Wird Team 2 schon wieder gewinnen? Mal schauen. Jetzt kommt Pilzspore. Vielleicht schläfts mal länger als ne Runde. Ja. Ja. und wieder aufgewacht ein bisschen länger schlafen vielleicht nicht verwirrt sein oh mein gott was die volltreffer verwirrung was war das denn besser geht es nicht das sind jetzt wirklich zehn prozent einfach aufgewacht ist es muss doch so programmiert sein dass dem schlafen nicht so viel ausmachen 15 das ist es 15 gruppe 2 gewinnt wieder wie jedes mal unglaublich es ist einfach der durchschnitt und da haben wir es das war eine geburt aber zumindest kann ich sagen wir haben es heute noch geschafft das ich fand es echt traurig dass es nicht kommen wollte dass es einfach nur ein mon heute gefangen wurde aber nein der king der schling king der gas lord er ist da ist hier noch irgendwas cooles oh tatsächlich flinkings essensreste ein gemisch von erde und zement aus dem metallstück herausragen lecker schmecker muss jetzt alles zurückgehen das war cool du hast deine punkte verdoppelt schau es lohnt sich live dabei zu sein um um gamba 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 zu machen um die gelüste zu befriedigen damit ihr sie nicht mehr in eurem echten leben befriedigen müsst wie was okay was ist der dann und was war jetzt die fan theorie das meintest du einfach dave dass das hier hamuli hamuli mali 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 ist aber was ist dann diese 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 figur die da im tauchanzug am anfang steht ist das ein baby moorlord ein moorlord fan aber er hat gesagt dass er nicht aus fleisch und knochen besteht hau holi wir holen jetzt noch wenig roh ab das können wir jetzt noch schnell machen da wäre ich mal da geblieben wo ich gerade war dann mache ich mir ein hard save damit wir das zu jeder zeit shiny handen können aber jetzt hole ich es mir cool jetzt wenig roh shiny nein leider nein ich muss es aber ehrlich gesagt noch schnell nochmal noch kurz nochmal machen weil ich die zahl hier noch eingeblendet hatte das ist hässlich ich mach kurz nochmal Taylor gleich vielleicht ist es jetzt shiny okay beautiful cool wenigstens sieht man da nicht den umriss von dem was danach kommt aber man sieht dass sich entwickeln kann 60 cm ist es groß nur Gift nicht mal Drache Pech Pechvogel ne okay Leute das war's langer Stream aber Taylor braucht noch eine Fusion 94 in 162 das ist sogar crazy das ist sogar crazy was ist das Gengar und Visor das soll die Sheshire 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 Cat sein die Grinsekatze oder Gengar ich schätze dass es Visor ist oder ne ne aber es muss Visor sein was hast du eingegeben Visenio aber Visenio ist Gen 3 ah ne Visenio ne Visenio genau Visenio ist Gen 3 es ist Gen 2 ja sehr cool das ist sehr cool Sheshire Cat okay ich bin morgen wieder da und da machen wir Brutalanda Level 9 ich will einen Brutalanda auf Level 9 finden und dann so die Q-Armons und mehr weiß ich nicht wir schauen mal ansonsten kann man immer irgendwie irgendwo irgendwo die Zukunft dann shiny handen ne ansonsten ist das Geburtstagskind noch nicht online sehe ich gerade oder nicht blind diese grünen Dinger Nerven die man da angezeigt kriegt weil man Leute joinen kann ich will das nicht Geburtstagskind ist nicht da der wollte doch heute streamen sehe ich ihn nur nicht ist doch schon spät genug wie meinst du der Lord Pappnas hat heute Geburtstag ich dachte er hat gesagt er streamt an seinem Geburtstag aber ich sehe ihn nicht na gut Kasir hat auch Geburtstag sagt es doch nicht jetzt muss ich da rüber na gut Kasir wo ist der denn in der Liste oh der ist gar nicht in der Liste warum bist du mir nicht vorgeschlagen sag Kasir hallo ich gehe jetzt was essen vielen Dank fürs Dasein bis morgen Sonntag gibt es ein Special Stream sage ich jetzt mal so aber versprechen tue ich nie was tschüss 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 tschüss